Wir von der Übergabe haben ein Ziel. Jeden Tag die Pflege ein Stückchen besser machen. Darum machen wir nicht nur unsere Podcasts, die Übergabe und das Pflegeupdate, sondern wir haben auch unsere Briefings ins Leben gerufen. Die Pflegebriefings erhältst du einmal in der Woche per Mail, wenn du bei uns Mitglied wirst. Und natürlich bekommst du auch Zugang zu unserem gesamten Archiv auf der Homepage. Bei den Pflegebriefings stellen wir dir jede Woche eine neue Studie vor und fassen diese kurz und knapp für dich zusammen. Klar, Zeit ist knapp. Die Ergebnisse kannst du dann vielleicht für deine pflegerische Praxis gut gebrauchen. Oder die Studie gibt dir vielleicht auch einen Anhaltspunkt, um ein Thema bei dir auf der Arbeit zu bearbeiten. Und vielleicht ist sie auch Grundlage für einen Journal Club oder den evidenzbasierten Unterricht in der Schule. Es gibt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, diese Briefings zu nutzen. Und damit du diese Briefings bekommst, musst du bei uns Mitglied werden. Du kannst dir sogar eine Mitgliedschaft mit einem Kollegen oder einer Kollegin teilen. Und das Beste ist, wir bieten unsere Mitgliedschaften auch für größere Teams an. Wenn du also die Briefings für einen Kurs, eine gesamte Klasse, deine Mitarbeitenden im Krankenhaus oder der Langzeitpflege oder deiner Pflegedirektion haben willst, dann schau gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei www.übergabe.de slash Mitgliedschaft. Dort haben wir alle Infos für dich bereitgestellt. Und das Allerallerbeste an der Sache ist, wenn du Mitglied bei uns wirst, unterstützt du uns und wir können unsere Inhalte und Angebote noch viel besser für dich machen. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar der Beginn einer kleinen Community. Danke, dass du uns treu bist. Dein Team von der Übergabe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Heute nehme ich mal alleine auf, weil der Christian hat sich einen Urlaub verdient und ist im Moment in Deutschland unterwegs. Deswegen heute alleine, aber auch irgendwie nicht alleine, weil ich nämlich natürlich einen Gast dabei habe, denn wir sprechen heute über den Streik an der MHH. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Burkhard Sohn. Hallo. Danke. Genau, das ist schön, hier zu sein. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Du hattest uns, glaube ich, eine Mail geschrieben, ne? Genau, also ich kann ganz kurz was zu mir erzählen, dann wird das hier zustande gekommen. Ich bin Burkhard Sohn, ich bin seit ungefähr acht Jahren an der Medizinischen Hochschule, habe ganz, ganz früher, noch vor ungefähr zehn Jahren damals als Zivildienstleistender dort angefangen. Bin darüber auch in die Pflegeschiene sozusagen gerutscht. Wäre was, was ich mir, glaube ich, nicht irgendwie vorher gedacht hatte, aber durch den Zivildienst hergebracht habe, Mensch, das ist irgendwie echt ganz cool. Hab dann ein Jahr Work and Travel gemacht und dann aber die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen. Die vor ungefähr acht Jahren abgeschlossen und dann auf einer Normalstation im Bereich von der Nephrologie, Kardiologie und Rheumatologie angefangen. Da jetzt für acht Jahre sozusagen als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet und jetzt seit drei Monaten ungefähr arbeite ich auch als Advanced Practice Nurse auf der Station und beschäftige mich mit Personen mit Nierenversagen, nachdem ich jetzt mein Studium im Master of Science in Public Health abgelegt habe. Genau. Und wir haben gerade eine Tarifbewegung und in dem Rahmen, weil ich euren Podcast auch schon ein bisschen kenne, hatte ich gedacht, Mensch, vielleicht habt ihr ja Lust, über das eine oder das andere zu berichten. Also entweder über die APN-Tätigkeit oder über die aktuelle Tarifbewegung und das ist jetzt eher einmal zu dem aktuellen Thema der Tarifbewegung. Ja, genau. Ja. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, dass wir darauf aufmerksam machen wollen, dass wir am Mittwoch, dem 11. September aufnehmen. Die Folge wird am Wochenende veröffentlicht, nur dass die Hörenden oder ihr das dann auch einordnen könnt, weil in diesen ganzen Tarifgeschichten passiert ja fast täglich irgendwas. Zumindest so, wie ich das wahrnehme, sind da viele Änderungen und nur, um das einzuordnen, die Info. Burkhard, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wie kam das jetzt überhaupt zu dieser akuten, aktuellen Situation? Genau, das ist insgesamt, glaube ich, eine Entwicklung. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es einen konkreten Auslöser gehabt, sondern so eine perspektivische Entwicklung, die wir insgesamt in Deutschland ja beobachten können, wo immer viel gesagt wird, Mensch, wir haben irgendwie so einen Fachkräftemangel und ich glaube, das, was man in Deutschland auch nicht vergessen sollte, das ist noch nichts, was jetzt so stark ist, aber in den nächsten Jahren garantiert stärker wird, ist, dass im Rahmen von dem demografischen Wandel wir auch vor einer Herausforderung für die Gesundheitsversorgung stehen. Also das natürlich da, die in den Krankenhäusern, die eine gewisse Last dafür tragen werden müssen, in dem Bereich von der Gesundheitsversorgung, glaube ich, auch in einem doppelten Sinne, weil wir nicht nur die Situation haben werden, dass wir mehr Patienten versorgen müssen, weil häufig mit höherem Alter sozusagen dann auch eine höhere Mobilität zustande kommt, sondern wir auch viele Kollegen haben, die in den nächsten Jahren aus dem Beruf ausscheiden werden aufgrund von Alter. Und das so eine Entwicklung ist, wo wir gesagt haben, Mensch, wir haben da irgendwie echt Bauchschmerzen, weil das schon irgendwie gefühlt ist, wir machen immer mehr, immer mehr. Das ist eine Aufsorgung, die einmal bei den Patienten nicht immer ganz so gut ist, weil nur dadurch, dass man mehr versorgt, führt das leider manchmal auch dazu, dass man nicht mehr die Zeit hat, die Versorgung in dem Maße zu machen, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und für die Kollegen halt auch bedeutet, man hat eine unglaubliche Belastungssituation. Und diese Belastungssituation ist jetzt der Grund, dass wir sagen, Mensch, da muss irgendwo eine Linie gezogen werden und wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit für eine Entlastung. Und deshalb gibt es diese Tarifbewegung, die sich jetzt hier an der MAH sozusagen entwickelt hat, für einen Tarifvertrag Entlastung, wo wir sagen, wir wollen feste Regelungen für unsere Arbeitsbedingungen haben, weil wir glauben, dass eine gute Versorgung braucht halt auch gute Arbeitsbedingungen und die wollen wir auch irgendwie geregelt haben und dass es nicht sozusagen ein Vertrauen auf den guten Willen der Arbeitgeber ist. Ja, okay. Ich habe in Vorbereitung, habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen und so ein Entlastungstarifvertrag, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, gibt es ja in anderen Bundesländern, gibt es ja oder teilweise schon, magst du da was oder kannst du da was zu erzählen, wie das sonst so in Deutschland aussieht? Genau, also es gibt ungefähr in 21 Kliniken diese Tarifverträge für Entlastung in immer ein bisschen anderer Konstellation, weil die in einzelnen Häusern oder manchmal auch in Häuser verbunden geschlossen werden. Von daher ist das jetzt auch nichts super Neues, was wir hier in der MAH machen, muss man gestehen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist die Charité in Berlin, die das als erste effektiv geschafft haben durchzusetzen, wo gesagt wurde, wir wollen ein festes Konzept haben, was im Kern darauf hinausläuft. Wir haben Forderungen, wo gesagt wird, die betreffen die Weise, wie wir arbeiten, also die Arbeitsstruktur. Und es gibt auch einen Durchsetzungsmechanismus, wo gesagt wird, wenn diese Forderungen nicht eingehalten werden, dann wollen wir dafür einen Ausgleich, eine Entlastung haben in Form von einem Freizeitausgleich. Das ist sozusagen die grundlegende Forderung. Diese Tarifverträge gibt es halt schon in anderen Häusern auch. Da ist auch der Vorteil, dass wir jetzt natürlich so ein bisschen, nicht direkt, aber indirekt auch ein bisschen abschreiben können, sagen können, Mensch, dass in der Charité dieses Konzept finden wir irgendwie ganz gut und können das übernehmen. Genau und da auch natürlich ein bisschen den Vorteil haben, da haben wir auch Austausch mit Kollegen, dass dann Kollegen aus der Charité zum Beispiel bei uns waren und uns erzählt haben, wie war eigentlich deren Krankenhausbewegung und das auch einfach mal eine superschöne Erfahrung ist zu sehen. Mensch, was kann am Ende denn rauskommen und die auch berichten können. Das hat auch eine substanzielle Verbesserung des Arbeitsalltags bei denen zur Folge gehabt. Okay, also dass man so ein bisschen an einem Beispiel sieht, ist es jetzt nicht irgendwie umsonst, was wir hier machen. Also ich glaube, das Schönste für mich war auf jeden Fall, dass eine Kollegin mal gesagt hat, die haben gesagt, die fordern bei sich keine Nacht mehr alleine. Ich selber, also mache immer noch ab und zu auch mal Nachtschichten, nicht mehr ganz so viele wie früher, aber kenne das auch noch und von vielen Kollegen das auch noch. Ich habe selber das, glaube ich, nur zweimal gehabt, dass ich eine Nacht wirklich alleine machen musste, weil die Kollegin spontan ausgefallen ist und wir keinen Ersatz sozusagen dafür haben konnten. Meistens sind wir auf der Station bei uns zu zweit. Das ist aber nicht bei allen Stationen so. Und diese Situation alleine für mehrere Patienten, also bei mir auf Stationen sind 32 Patienten, die wir versorgen müssen, alleine irgendwie für, ich sage mal, in anderen Stationen dann so 20 Patienten zuständig zu sein, ist schon eine aufwendige Situation, vor allen Dingen, weil man immer das Problem hat, sobald ich irgendwo einen Notfall habe und dann in einem anderen Zimmer vielleicht noch was passiert, weiß ich, ich kann mich nicht zweiteilen. Und das halt unglaublich viel Sicherheit schafft, wenn man da zu zweit ist. Manchmal gar nicht aus dem heraus, dass es, glaube ich, immer notwendig ist, aber es schafft so ein gewisses Sicherheitsgefühl, dass man immer weiß, hey, wenn irgendwas ist, habe ich wen anders, den ich irgendwie direkt auch mal fragen kann oder mich auch kurz rückkoppeln kann, zu sagen, hey, diese Situation, wie schätzen du das ein? Was sollten wir irgendwie machen? Und das, was dann Kollegen aus anderen Kliniken, also eine Kollegin aus NRW berichtet hat, wo sie sagt, das war echt so unglaublich schön, dass ich diese Situation nicht mehr hatte. Das sozusagen was ist, wo man dann auch so einen positiven Drive nach vorne hat und sagt, Mensch, das wollen wir für uns auch, das wollen wir nicht nur für uns auch. Ich glaube, auch für die Patienten ist das ein angenehmes Gefühl, wenn ich weiß, Mensch, wenn ich klinge, kommt er relativ schnell wieder und habe nicht irgendwie das Risiko, dass der in einem anderen Zimmer hängt und ich relativ lange auf eine Versorgung warten muss. Jetzt könnte man ja denken, eigentlich gibt es ja auch sowas wie Untergrenzen. Wie würdest du da den Zusammenhang einordnen? Also es gibt in der Gesetzgebung, gibt es ja mit der PPUGV, die sozusagen eine Untergrenze einzieht für bestimmte Bereiche, also pflegesensitive Bereiche. Und was jetzt dieses Jahr neu ist mit der PPR 2.0, gesetzliche Regelungen, die zum Ziel auch haben, eine Personalbemessung irgendwo festzulegen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung, dass das jetzt so auf der politischen Agenda ist. Allerdings ist es bei beiden meines Wissens nach so, dass die Sanktionierung erfolgt immer von den Krankenkassen an das Krankenhaus. Und wir als Kollegen haben da nichts von, also so ganz stumpf gesagt. Wir sind im Endeffekt die Leidtragenden, also die eine überlastende Situation irgendwie handeln müssen. Und was ich so eben beschrieben hatte, das sind sozusagen diese Nachtdienste oder halt auch andere überlastende Situationen, sind was, die einen mit einem auch was machen. Und wo man jetzt irgendwie in der Situation ist, dafür gibt es einen feuchten Händelung und ein Dankeschön, dass er dich dafür eingesetzt hat und wo wir sagen, Mensch, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, der uns auch ermöglicht, dann zu sagen, hey, hier war eine überlastende Situation. Wir wollen dafür auch irgendwie einen Ausgleich haben. Und das ist, glaube ich, so das, wo wir sagen, da haben wir schon ein bisschen andere Vorstellungen. Und Gesetze sind ja immer eine Untergrenze. Also ich glaube, ein simples Beispiel, was man dafür bringen könnte. Also es gibt einen Mindestlohn. Das heißt nicht sozusagen, dass es verboten ist, über Mindestlohn zu bezahlen. Sondern es ist die Untergrenze, unter die nicht gegangen werden darf. Und wir sagen das vor allen Dingen, weshalb das auch, glaube ich, primär an Krankenhäusern läuft, die entweder ungeklickend selber sind oder halt zumindest große Versorger, dass wir sagen, Mensch, wir sind irgendwie schon in der Versorgungsstruktur ein bisschen anders aufgestellt. Und deshalb braucht es für uns auch gegebenenfalls eine gesonderte Regel in der Weise. Heißt nicht, dass ich sagen würde, das dürfen die anderen Krankenhäuser nicht übernehmen, was wir als Vorschlag hier vielleicht erarbeiten. Von mir aus dürfen das gerne alle Krankenhäuser anwenden. Aber es ist auch was, was bei uns entstanden ist. Okay, jetzt besteht bei mir die Frage im Kopf, wie bist du da überhaupt reingekommen? Oder wie ist das, haben die Pflegenden sich da irgendwie so gedacht? Also das ist ja, denken viele wahrscheinlich in der Pflege so, ja, wir müssten da eigentlich mal was gegen tun. Aber dass sich mal was zusammenrauft und zu sagen, wir wollen jetzt wirklich mal aktiv werden, das ist ja immer schwierig in so großen Häusern auch. Total. Ich glaube allgemein ist das, Pflege manchmal zu bewegen, ist doch eine Herausforderung. Eine Sache vorweg, ich glaube, das ist auch wichtig, gehe ich gleich noch ein, es betrifft halt nicht nur die Pflege. Ich kann mal ganz kurz einmal erzählen, wie das bei mir ist und dann auch organisatorisch ein bisschen was dazu sagen, wie ist das Ganze irgendwie aufgebaut. Also zu mir, ich hatte ja schon erzählt, ich bin irgendwie seit acht Jahren auf einer Normalstation, mache da Versorgung und habe schon das Gefühl, auch in der Entwicklung ist es halt, was ich vorher gesagt habe, nicht, dass wir gerade eine grundlegend positive Entwicklung in allen Bereichen, es gibt definitiv irgendwie so ein paar kleine Schritte, die manchmal irgendwie nach vorne gegangen werden, aber tendenziell ist es eher so ein Rücklauf, wo auch die Zeit für die Versorgung fehlt. Ich habe selber dann ja gesagt, ich habe ein Studium angefangen für einen Master of Science, das war bei mir auch der Grund, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will auch irgendwie mal verstehen, wieso sind eigentlich die Entwicklungen so. Bei mir der Klassiker, ich arbeite auf einer nephrologischen Station, ist, dass wir einige Patienten haben, wo man gefühlt die Uhr nachstellen kann und weiß, nach sechs Monaten sind die mit dem gleichen Problem häufig Harnwegsinfekt, das ist ein Klassiker bei uns, wieder bei uns. Das heißt, die Versorgungssituation ist irgendwie so, dass wir die dann schnell versorgen müssen in diesen belasteten Situationen, aber uns die Zeit fehlt, uns wirklich da reinzufuchsen und zu sagen, hey, was ist irgendwie das Problem, auch über dieses Krankenhaussetting hinaus. Im Grund dafür ist, glaube ich, diese Belastungssituation. Man hat einfach nicht mehr die Zeit, sich wirklich mal hinzusetzen mit dem Patienten, zu sagen, hey, wie sieht es eigentlich zu Hause aus oder auch irgendeine Möglichkeit zu schaffen, da zu Hause mal zu gucken, was sind da eigentlich so Versorgungsprobleme. Das ist so mein persönlicher Anreiz gewesen, da ins Studium zu gehen. Und dann gab es im letzten Winter die TVL-Runde, also Tarifvertrag der Länder. Wir sind in der Ministerienhochschule Hannover ein Landesbetrieb und in dem Rahmen ist es natürlich einmal so gewesen, dass man auch sich nochmal mit dieser ganzen Frage von Arbeitsbedingungen auseinandergesetzt hat und da steht zwar im Vordergrund immer diese Frage in der TVL-Runde, also Tarifvertrag der Länderrunde, dass es um die Gehaltstabellen geht, aber trotzdem kommt man ja da unglaublich viel mit anderen Kollegen ins Gespräch, um mal zu hören, hey, wie ist denn das eigentlich bei dir auf Station? Wo man schon gemerkt hat, Mensch, das ist teilweise auch echt, also wir sind kein Einzelfall, teilweise haben Stationen, würde ich mal wagen zu behaupten, noch schlechter als wir. Und wofür das für mich auch nochmal so ein Moment war, Mensch, da müssten wir eigentlich echt mal was zusammen machen, ist auch von den anderen Bereichen zu hören, wie die Belastungssituationen sind. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir schicken häufig irgendwie Patienten runter zur Dialyse und kriegen dann manchmal ein bisschen erzöhnter Anrufe unten auch von der Dialyse, wo die sagt, Mensch, den haben wir irgendwie vor einer halben Stunde abgerufen, wieso ist der Patient noch nicht hier? Wir dann ins System reingucken und sehen, Mensch, der Transport ist eigentlich schon ewig lange angemeldet und man dann manchmal auch dazu neigt, irgendwie entweder hinterherzutöne und sagen, hey, was ist da irgendwie los, wieso dauert das mit dem Transport nicht zu lang? Und die sagen, Mensch, wir kommen einfach nicht mit den Aufträgen nicht hinterher. Das ist auch, glaube ich, im Krankenhaus unglaublich wichtig zu verstehen. Das ist ein ganz komplexes System, wo viele kleine Schnellstrauben irgendwie zusammenarbeiten und dementsprechend, dass halt so ist, nicht nur ein einzelner Punkt ist da irgendwie entscheidend, sondern alle Rädchen, die da mit drin hängen. Und in der Tarifrunde der Länder war das schön, mal mit den Kollegen auch aus dem Transport einfach so ins Gespräch zu kommen und zu fragen, hey, wir haben irgendwie das Problem und dann können die einem widerspiegeln, ja, du, das Problem ist bei uns auch ein totaler Personalmangel und auch Situationen, wo wir selber auch mit überfordert sind, wo man dann guckt, man muss irgendwie Kollegen neu einarbeiten. Die fragen dann häufig, brauchen bei den Transporten einfach länger, weil sie irgendwie auch gucken müssen, hey, wo muss ich da eigentlich hin? Maha ist immer gefühlt so ein eigenes Dorf, also es ist ja schon eine relativ große Klinik. Und damals war es ein Mensch, das ist ein Problem, das betrifft nicht nur uns und hat halt Auswirkungen auf andere Bereiche. Aus dem heraus ist dann halt entstanden, dass wir in der TVL-Runde auch mal darüber geredet haben, aber hey, gibt es nicht da irgendwelche Möglichkeiten? Und dadurch, dass der Austausch auch mit Verdi stattgefunden hat, da gesagt wurde, hey, es gibt sozusagen da ein Konzept für diese Tarifvertrag der Entlastung, also Beispiel Charité, wo wir Regelungen für die Arbeitsbelastung festlegen können oder festschreiben können und ihr nicht sozusagen darauf angewiesen seid, darauf zu warten, was auch jetzt in den gesetzlichen Regelungen kommt und inwieweit die auch durchgesetzt werden. Und daraus ist dann, glaube ich, so entstanden, dass gesagt wird, Mensch, wir könnten uns das hier vorstellen, also als Mitarbeiter, als Kollegen dann vor Ort, die dann gesagt haben, Mensch, ja, also wir eigentlich, eigentlich wollen wir das irgendwie auch und das wäre echt mal cool, das irgendwie zu machen. Und Verdi dann auch gesagt hat, dann machen wir das mal auch mit euch. Genau, das ist so ein bisschen der Ursprung gewesen von dem Ablauf, von dem Prozess war es dann so gewesen, dass nach dieser Entscheidung das beidseitig gesagt wird, Mensch, wir haben da tendenziell Interesse dran, es einen Bildungsurlaub gab, die Daten müsste ich selber nachgucken, aber ich meine, das war irgendwann im Februar, glaube ich, Februar, März, also schon ein paar Monate zurück, wo dann gesagt wurde, wir machen einen Bildungsurlaub zu diesem Tarifvertrag in Entlastung, wo sich Kollegen, die irgendwie da interessiert sind, anmelden können und wo dann das Konzept einmal vorgestellt wurde und auch diese Kernfrage gestellt wurde, hey, wollen wir das gemeinsam machen? Wo dann rausgekommen ist, jo, wir wollen das gemeinsam machen. Okay, das heißt, ihr habt euch sozusagen, ihr Pflegekräfte habt euch sozusagen mit Verdi zusammengetan, um das zu bewirken und auch festzulegen, was wollen wir jetzt eigentlich sozusagen erreichen? Nicht nur wie Pflegekräften, das ist, ich werde auf den Punkt ein bisschen… Ah ja, genau, mit anderen Berufs, ja, 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 es stimmt, ja, hast du schon gesagt, mit den anderen Berufsgruppen auch sozusagen. Genau, ich werde auf den Punkt, von daher ist es für mich nicht schlimm, wenn du es ein paar Mal sagst, dann wiederhole ich es ein paar Mal, weil das ist irgendwie auch so das Traurige gerade, dass wir in der auch öffentlichen Wahrnehmung, wird ganz häufig davon berichten, die Pflegekräfte an der MAH streiken. Wir sind sozusagen natürlich ein großer Teil der Berufsgruppe, wir sind nicht der Einzige und hatte ich eben ja so ein bisschen skizziert, also das ist, glaube ich, auch das, was im Krankenhaus nicht vergessen werden sollte. Also wenn man nur die Bedingungen für die Pflege alleine verbessert, hätte das bestimmt einen Effekt, würde ich mich auch darüber freuen, aber das ist ein komplexes System, so ein Krankenhaus, und da hängen halt viele Berufsgruppen drum. Deshalb wurde auch gesagt, alle, die davon betroffen sind, ausgekoppelt sind, so ein ganz paar Bereiche, also zum Beispiel, also was heißt kleine Bereiche, Ärzteschaft ist halt auch ausgekoppelt, weil die in einem anderen Tarifverbund sind, genau, und es betrifft natürlich nur die Bereiche, die wirklich noch in der MAH angesiedelt sind. Also wir haben, das ist auch eine Entwicklung, die es jetzt über die Jahre gab, dass es schon auch einige Bereiche gab, die dann auch an Subfirmen abgegeben wurden. Also wir haben bei uns, glaube ich, Wäscherei war so eine Sache, wo ich das selber das erste Mal mitbekommen habe, wodurch die Angestellten da nicht mehr bei der MAH angestellt werden, sondern dann bei einem Subunternehmen. Genau, betrifft aber da sozusagen alle. Ja, okay. Jetzt muss ich mal einmal fragen, wenn ich jetzt die Pflegedienstleitung oder Geschäftsführung oder wie auch immer von der MAH bin, wie nimmst du wahr, wie die dazu stehen zu dieser Entwicklung? Also ich habe gerade unglaublich großes Respekt vor unserer Pflegedienstleistung aus einem relativ einfachen Grund. Letztes Jahr hat unsere Pflegedienstleitung gewechselt. Das heißt, die sind jetzt neu in den Amt und gleich mit einer riesigen Herausforderung konfrontiert. Die Verhandlungen finden häufig oder finden primär eher mit dem Präsidium und dem Wissenschaftsminister statt. Wissenschaftsminister deshalb, ich hatte ja schon gesagt, die Medizinische Hochschule ist ein Landesbetrieb, auch einer der letzten oder einer der wenigen Betriebe, die keine eigene Institution in der Weise sind, sondern wir direkt dem Land zugeordnet sind und damit direkt dem Wissenschaftsministerium unterstehen, weil es eine Universitätsklinik ist. Genau, und dass die Verhandlungen finden, dementsprechend auf der Ebene von dem Präsidium und dem Wissenschaftsminister, das ist Falko Mors in unserem Fall, und einmal Verdi und uns als Tarifkommission, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, statt, genau, und die Pflegedienstleitung nicht direkt an dem Verhandlungstisch in der Weise sitzt, sondern die häufig eine Rückkopplung mit dem Präsidium haben. Es gab jetzt nicht sozusagen große Positionierungen, dass die in die eine oder andere Richtung sich positioniert haben, was ich aber auch voll verstehen kann, weil das natürlich so eine totale Sandwich-Position irgendwo gerade ist. Also man hat die Situation, dass das Präsidium bestimmt auch Erwartungen an die heranträgt, aber halt natürlich auch die Mitarbeiter hier Erwartungen an ihre Leitungen und dann weitergeführt sozusagen an die Geschäftsführung stellen und dann sagen, wir haben hier die und die Wohnung. Aber da ist, wie gesagt, also großen Respekt, wir haben ein Leitungsduo, also zwei Personen, die das machen, die die Geschäftsführung und Pflege übernommen haben und vor denen halt auch großen Respekt ist, dass die gerade jetzt, also gleich zum Beginn dieser neuen Situation dann mit so einer Herausforderung konfrontiert haben. Aber ich habe da jetzt irgendwie keine negativen Erfahrungen gehabt, aber auch mit meiner PDL da gute Erfahrungen, auch wenn es um die Situation von Streik und Co. geht. Okay. Möchtest du erst was zu der Tarifkommission? Möchtest du da erst was zu sagen vielleicht? Ich kann das einmal beschreiben. Das ist, glaube ich, auch das, was zentral ist. Also ich hätte ja gesagt, wir haben diesen Bildungsurlaub gehabt und also was passiert ist nach diesem Bildungsurlaub, ist, dass gesagt wurde, wir wollen das basisdemokratisch organisieren und dann gesagt wurde, wir wollen eine Tarifkommission da klar dabei haben. Das heißt, dass auch Beschäftigte mit am Verhandlungstisch sitzen und wenn es um Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten geht, sollten die ein Mitsprecherecht dafür haben, weil die ihren Betrieb besser kennen als jeder andere, also als jeder, der irgendwie bei Verdi arbeitet oder sonst irgendwo. Dementsprechend ist es auch so, dass diese ganze Entwicklung für die Gestaltung von dem Tarifvertrag Entlastung, also zumindest unserem Vorschlag, wie der dann letztendlich durchgesetzt wird, ist, glaube ich, nochmal was anderes, aber in dem basisdemokratischen Prozess geschehen ist. Das heißt, von dem Ablauf her war es so, dass auf den Stationen gefragt wurde, hey, wie seht ihr das? Der erste Schritt dafür war eine Absichtserklärung, die wurde, ich glaube, am 8. Mai übergeben, wo gesagt wurde, da haben ungefähr 70 Prozent der Beschäftigten unterschrieben, dass die gesagt haben, die Situation, wie sie gerade ist, ist einmal für uns als Mitarbeiter nicht haltbar und sie ist auch für die Gesundheitsversorgung im Raum Hannover und darüber hinaus nicht haltbar auf lange Sicht. Wir wünschen uns von der Politik und von unserem Arbeitgeber, dass es dort Vorschläge für eine Verbesserung gibt und daran gearbeitet wird. Parallel zu dieser Absichtserklärung ist ein 100-Tage-Ultimatum gestellt worden, also dass wir gesagt haben, wir wollen, also wir wissen, das ist ein komplexes Thema, wir geben euch aber 100 Tage Zeit, euch zu überlegen und auf uns zuzukommen, um in Verhandlungen zu treten, dass wir gemeinsam an diesem Ziel arbeiten können. Da war es dann natürlich schon so gewesen, es ist in der MAH sind viele Gespräche gelaufen, das ist meistens immer durch Mitarbeitergeschehen, also der Prozess ist, dass es am Anfang natürlich Leute von Verdi gab, die gefragt haben, hey, wie ist denn die Situation bei dir und erzähl mal ein bisschen, um so ein Gefühl zu kriegen, genau wie es irgendwie grundlegend ist und auch zu identifizieren, was sind denn irgendwie Leute, die, was ich am Anfang beschrieben hatte, so auch einen Antrieb haben zu sagen, wir wollen an dieser Verbesserung arbeiten. Und dann haben wir aber einen Auftrag bekommen, also ich wurde auch angesprochen und dann gesagt, hey, könntest du dir irgendwie vorstellen, in deinem Team eine Position zu übernehmen, um mal zu fragen, hey, wie ist denn die Situation und Gespräche mit den Kollegen zu führen. Das haben wir dann auch gemacht und halt einmal diese Absichtserklärung vorzustellen, zu sagen, hey, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass die Situation, wie sie gerade ist, auf lange Sicht tragbar ist und siehst du da gerade irgendwie eine positive Entwicklung, wo dann viele gesagt haben, nee, sehe ich eher nicht, sondern ich habe schon das Gefühl irgendwie, das wird immer mehr, ich bin immer mehr überlastet und ich würde mir eigentlich da eine Veränderung wünschen. Das war der erste Schritt zu dieser Absichtserklärung und dann haben wir dieses 100-Tage-Ultimatum gestellt, diese 100 Tage haben wir selber auch ein bisschen genutzt. Das Traurige ist vielleicht, dass in diesen 100 Tagen es auf Seiten von dem Adelbert-Geber und auch der Politik nicht wirklich viel Bewegung gab. Die Reaktion war eigentlich komplett gewesen seit Anfang an, ja, wir sehen eure Belastung, aber leider sind wir Mitglied in der Tarifgruppe der Länder, TDL, und aus diesem Grund heraus können wir gar nicht verhandeln. Tut uns leid, so in der Richtung. Also das noch ein bisschen mehr ausformuliert natürlich, dass da gesagt wurde, in der Satzung von der TDL steht mit drin, Die Mitglieder der TDL verpflichten sich, keine Tarifverträge außerhalb des Tarifvertrags der Länder abzuschließen und wenn gegen diese Satzung verstoßen wird, dann droht der Ausschluss des Landes. Also man ist immer sozusagen als Land mit drin, heißt in dieser TDL sitzen die Finanzminister der Länder und können sozusagen dann auf Arbeitgeberseite da verhandeln, dass man einen flächendeckenden Tarif hat und es nicht so einen Fleckenteppich in Deutschland gibt, dass wenn ich jetzt über die Grenze nach Hessen oder was weiß ich nicht fahre, auf einmal ganz andere Arbeitsbedingungen hören, sondern dass es da einen Zusammenschluss gibt. Und genau, die haben in der Satzung sozusagen stehen, wir verpflichten uns, keine eigenen Tarifverträge abzuschließen. Das war das Argument, was immer gebracht wurde. Das Problem ist dabei, ich kann das also aus erster Initiative verstehen, dass man sagt, ja, wir würden total gerne, das Problem ist aber, wir wurden immer nur mit Problemen konfrontiert und nicht mit Lösungen. Also es wurde immer gesagt, wir erkennen das total an, dass ihr Belastung habt und eigentlich müsste man auch was machen, aber wir können nicht, sorry, Punkt. Das klingt vielleicht nach einer, also das ist natürlich dann irgendwie auch eine bequeme Position, so, dass man das dann so sagt und macht die Situation natürlich auch zu einer besonderen. Also wenn wir nachher vielleicht drüber sprechen, kann man das übertragen auf andere Einrichtungen, dann ist natürlich diese Verzwickung mit dem Land, macht eure Situation ja noch komplexer eigentlich. Ich weiß gar nicht inwieweit sie, also ich bin häufig da so ein bisschen einfach pragmatisch und also ganz böse gesagt, wenn ein Politiker bei mir auf Station liegt und ich sage, Mensch, sie haben ja an der Hüfte irgendwie so einen roten, nicht wegdrückbaren Punkt, was halten sie denn für die sinnvolle Maßnahme? Wollen wir da vielleicht ein bisschen Eisen und Föhn? Wollen wir vielleicht irgendwie ein bisschen Druckentlage machen? Wollen wir ein bisschen mobilisieren? Meine Empfehlung wäre ja Eisen und Föhn, halten sie das für sinnvoll? Würde ich ein bisschen erwarten, dass der mich mit verdutzten Augen anguckt und sagt, also was wollen sie eigentlich von mir? Ich erwarte eigentlich, dass sie doch in ihrer Kompetenz da soweit fähig sind, diese Entscheidung zu treffen und mich nicht vor die Wahl zu stellen. Das ist ein bisschen ein komisches Beispiel, aber ich glaube, das macht es manchmal so ein bisschen plastisch. Ich erwarte von der Politik in der Weise auch nicht, dass sie mir nur die Probleme präsentiert und sagt, sorry, kann ich nichts machen, sondern dass sie mir Lösungen anbietet. Und diese ganze Frage, also ich habe in dieser Zeit jetzt in der Tarifkommission auch unglaublich viele neue Sachen gelehrt, wo ich vorher gedacht hätte, da würde ich niemals raunschauen, aber genau, also wo man sich auseinandersetzt mit was ist eigentlich irgendwie eine Rechtsform in der Weise, was ist irgendwie eigentlich eine einstweilige Verfügung und ganz viele andere Sachen, mit denen ich mich vorher noch nie beschäftigt habe und in meinem Pflegealltag hoffentlich auch nicht mehr so stark beschäftigen muss. Aber das ist halt so das Problem, wo ich sagen würde, ich erwarte da irgendwie die Lösungsorientierung und nicht den Vorsatz, wir sehen, dass das ein Problem ist, das ist aber blöde, wir können leider nichts machen, sondern dass da schon versucht wird, an der Lösung zu arbeiten. Und das ist das, wo auch das Gefühl auch bei vielen Kollegen ist, da wird das Argument der TDL genutzt, um keine Verhandlungen in der Weise zu machen. Genau, was halt so ein großer Frust auch zufolge hat. Definitiv, ja natürlich, ja. Okay, ja, also bis hierhin habe ich alles verstanden. Das ist schon mal gut. Also das, ihr habt diese Tarifkommission und vielleicht können wir jetzt einmal drüber sprechen, du hast es eben schon erwähnt, wer jetzt alles an dem Verhandlungstisch sitzt, aber vielleicht können wir es nochmal kurz zusammenfassen und vielleicht kannst du kurz sagen, wer so für, für was steht oder welche Position wer vertritt. Genau, ich würde noch einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, also bevor wir an den Verhandlungstisch gehen, ich würde nochmal ganz kurz diese, wir haben dieses 100-Tage-Ultimatum gestellt, dann, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf, den, was haben wir heute? 11. September. Den 11. Genau, und unser Ultimatum von den 100 Tagen, der ist am 16.8., also 16. August sind die ausgelaufen. Die Zeit haben wir halt auch genutzt, um unsere Forderungen zu konkretisieren, das heißt, in jedem einzelnen Team, also auf jeder Station, in jedem Versorgungsbereich, also der Transport hat sich hingesetzt, die Hebammen haben sich hingesetzt, die Physiotherapeuten haben sich hingesetzt, um zusammenzutragen, was sind eigentlich unsere Forderungen, was wollen wir eigentlich, was sind Arbeitsbedingungen, unter denen wir uns vorstellen könnten, einmal hier an der MAH zu bleiben, wo wir auch sagen würden, das ist eine Arbeitsbedingung, mit der wir auch glauben, dass eine gute Versorgung möglich ist, einmal im Sinne der Mitarbeiter, aber auch im Sinne der Patienten und das zusammengetragen und zu diesem Verhandlungstisch, deshalb gehe ich noch so einen Schritt zurück, ist ein bisschen das Problem, einen Verhandlungstisch in der Weise haben wir noch nicht, wir haben Gesprächsrunden, Gesprächsrunden klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es sind halt Gespräche noch keine Verhandlungen, denn das ist ein Unterschied, zum einen, weil es damit heißt, wir sind noch nicht in Tarifverhandlungen, aus dem Grund, was ich eben gesagt habe, dass die von Seiten von dem Wissenschaftsminister, also Volker Mors, gesagt wird, naja, wir dürfen nicht eine Tarifverhandlung machen, sonst werden wir aus der Tarifgruppe der Länder rausgeschmissen und das wollen wir nicht riskieren und das ist so ein bisschen so eine verfahrene Situation, wo das Problem auch ist, mit dem Ablauf von dem Ultimatum haben wir gesagt, wir haben hier ganz klar unsere Forderungen formuliert, viele von den Forderungen im Kern sozusagen waren da auch Sachen schon bekannt, also wir haben ganz am Anfang gesagt, wir wollen diese 100-Tage-Ultimatum eine Absichtserklärung, wir wollen eine klare Regelung für die Besetzung auf Station, wir wollen ein Konsequenzenmanagement, also Konsequenzenmanagement heißt, wenn sich die Arbeitgeberseite an die Regeln nicht hält, dann sollte daraus eine Entschädigung für die Arbeitnehmer entstehen. Das, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, denn da ist es nicht wie in der PPR 2.0 oder in der PPUVG, dass eine Sanktionierung durch die Krankenkassen passiert, wo wir dann als Arbeitnehmer sagen, da haben wir irgendwie nichts von, wenn wir eine überlastete Schicht haben, sondern das Krankenhaus kann auch, also böse gesagt, kann das auch natürlich kalkulieren. Also das kann natürlich sagen, na gut, wenn es gegebenenfalls ist, es manchmal billiger, die Strafe in Kauf zu nehmen, als neues Personal einzustellen. Und du natürlich die Situation hast, wenn ich zehn Leute versorgen kann und man mal versucht, wie ist es eigentlich, wenn er elf Leute versorgen kann und ich dann eine Person mehr über das, also DRG-System, wollen wir glaube ich nicht ganz rangehen, aber das ist ja so, dass der Mechanismus, der bei den Krankenhäuser für die Auslösung von der Bezahlung, also von der Bezahlung von den Krankenkassen dazu führt, dass die sich darüber finanzieren, wenn ich elf Patienten versorge anstatt von zehn, dann haben die dadurch einfach mehr Gewinn und da ist meine Belastung relativ egal und da kannst du natürlich kalkulieren, dass du sagst, na ja gut, wenn die Sanktion jetzt irgendwie so niedrig angesetzt und das ist leider in einigen von den aktuellen Gesetzgebungen so, kannst du es kalkulieren und dir einfach überlegen, na ja mathematisch ist es einfach schlauer, die Leute überlastet zu fahren. Das würde ich nochmal mit reinnehmen so als Gedanken, das ist weshalb wir dieses Consequent-Management fordern, weil die Erfahrung aus den Tarifbewegungen oder allgemein aus dieser, Frage von irgendeiner Entlastungsbewegung, also ob die im Tarifvertrag oder anderen ist, gab es vorher schon Vorstöße, wo dieses Konsequenzen-Management nicht Teil davon war, sondern nur gesagt wurde, wir fordern einen Stellenaufbau und der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerseite verpflichten sich dazu, dann wird das von dem Arbeitgeberseite nicht eingehalten und wenn es dann keine Konsequenzen-Management gibt, dann ist es so, ja wir haben es versucht, aber sorry, tut uns leid. Weshalb es glaube ich auch dieses Konsequenzen-Management in der Weise braucht. Das war sozusagen schon seit Beginn dieser Absichterklärung klar, dass wir irgendwas in dieser Form haben wollen und wir ganz gerne sozusagen einen Dialog geben würden über die Inhalte. Da war es, wie gesagt, leider so, dass häufig nur gesagt wurde, können wir nicht, tut uns leid, dürfen wir nicht. Wir hatten am 16.18. einen Krankenhausratschlag und haben in dem Rahmen auch gesagt, jetzt sind diese 100 Tage abgelaufen. Das heißt, Montag davor, das ist der 12. August gewesen, haben wir eingekündigt, für die nächste Woche da drauf, würden wir in den Streik gehen, wenn es bis dahin keine Lösung gibt. Das Interessante war, dass, also wie gesagt, 100 Tage ist irgendwie nicht viel passiert und auf einmal zu diesem Krankenhausratschlag ist dann, Falco Mors hat dann plötzlich gesehen, dass doch ein Slot in seinem Terminkalender frei geworden ist und hat dann doch zugesagt, Mensch, ich komme da vielleicht doch mal hin. Wie gesagt, 100 Tage irgendwie, wo wir auch angefragt haben, hey, wollen wir nicht mal in den Dialog darüber gehen und dann genau häufig, also es hat nicht immer direkte Absagen gegeben, aber es hat keine Zusagen gegeben. Das ist ja immer, glaube ich, das, wo man dann manchmal auch politisch so, so ein bisschen deichst und dann, naja, also abgesagt habe ich diesen Gesprächen, nee, aber sie haben auch nicht zugesagt nach der Anfrage. Das ist ja manchmal irgendwie einfach so ein, wo man, glaube ich, irgendwie ein bisschen gucken muss. 100 Tage ist irgendwie nichts passiert und das war für mich auch so ein leicht verletzender Moment im Nachhinein. Wir haben am Freitag sozusagen, oder wir haben am Freitag eingeladen zu dem Krankenhausratschlag, haben da unsere Forderung vorgestellt. Ich glaube, da hat man auch gemerkt, weil wir da mit ungefähr 700 Kollegen in einem Arminia-Stadion in Hannover waren und auch gezeigt haben, Mensch, also wir meinen das ernst. Das ist nicht eine leere Forderung. Das, was, du hast es am Anfang ja, glaube ich, auch schon einmal gesagt, manchmal so im Krankenhaus zu mobilisieren, ist schon schwierig. So, das ist echt ein Prozess gewesen und da dann wirklich echt, war auch ein geiler Moment, muss ich gestehen, so einmal vor dieser Menge von Leuten zu stehen, die motiviert sind, die sagen, ey, ich nehme mir die, ich bin zwar in einer Arbeitssituation, wo es total belastend ist, aber ich nehme mir die Zeit, weil ich das für wichtig halte, weil ich es für mich wichtig halte, für viel die, also nächste Generation, was so ein Argument ist, irgendwie für die Zukunft. Also ältere Kollegen, die sagen, ich mache das, weil ich will, dass die Kollegen, die nach mir kommen, bessere Arbeitsbedingungen als ich haben. Ich will, dass wenn ich selber mal hier liege, was ja leider nicht ausbleibt immer, ich eine gute Versorgungssituation haben und ich halte es deshalb für unglaublich wichtig. Also junge Kollegen, die gesagt haben, hey, ich habe irgendwie keine Lust, so blöd das klingt, aber wie einige Kollegen in der Situation zu sein, wo die nach irgendwie 30 Jahren, sind die echt richtig abgearbeitet, wo die sagen, ey, ich kann eigentlich nicht mehr, ich habe eigentlich Rückenschmerzen, ich kann es mir aber nicht erlauben, sozusagen zu reduzieren, weil ich brauche irgendwie das Geld und das ist halt dann echt schon übel, wenn du sagst, Mensch, ey, das ist meine Zukunft, das weiß ich nicht, ob ich das will. Und dann hast du halt da aber so viele Leute sitzen, also das echt macht mir jetzt noch Gänsehaut, da zu stehen vor diesen Leuten und die sagen, ey, wir ziehen das jetzt durch. Wir meinen das ernst, wir wollen das, wir glauben, das ist wichtig und wir glauben, das ist nicht nur wichtig für uns, das ist auch einfach wichtig, weil wir es den Patienten schuldig sind. Cooler Moment, der Krankenhausratschlag, wo wir da waren, da war dann auch Volker Moorster, das Argument war immer noch das gleiche, dass gesagt wird, ja, wir sehen eure Belastung, aber wir sind Teil der TDL, wir können leider nicht und sorry. Hat dann aber zugesagt, wollen wir uns nicht am Montag treffen, 19. August, Montag treffen und darüber reden. Ich weiß nicht, ob du das vorhin falsch gesagt hast, wir hatten die Warnstreiks angekündigt für den 21. bis 23. Das ist Mittwoch bis Freitag gewesen. Und das heißt, also vor dem Warnstreiks nochmal ein Gespräch mit ihnen zu führen und in Dialog zu gehen, wo wir gedacht haben, Mensch, super cool. Ich weiß, eine Kollegin aus NRW, die uns damit begleitet hat, die war auch so ein bisschen, angefressen ist das falsche Wort, aber es war ganz lustig, weil sie so meinte, oh Mensch, das, was ihr irgendwie hier so schnell erreicht hat, dass ihr zumindest zu Gesprächen eingeladen werden, wenn man das in NRW verfolgt hat, die haben 77 Tage gestreikt, also ein unglaublich langer Zeitraum, die gesagt hat, das hat bei uns ewig gedauert, bis es sozusagen diesen Schritt gab. Genau, dann gab es diese Einladung am Montag und das, was dann ein bisschen überraschend war oder auch so einfach sich komisch angefühlt hat, ist, dass an dem Freitagnachmittag, also wirklich auch so, dass das, glaube ich, zu einer gezielten Zeit war, wo klar war, da ist niemand mehr selber im Verdi-Büro, um das hingegen zumindest eine einstweilige Verfügung zur Unterlassung des Streiks eingegangen ist. Dafür hat die Landesregierung sich auch entschieden, eine Privatkanzlei, das Kanzlei Seitz, zu bezahlen, also in Auftrag zu geben und gesagt, hier bitte Kanzlei, helft uns bei dem Vorgang gegen diese Streikmaßnahmen. Diese Kanzlei Seitz ist nicht ein ganz unbeschriebenes Bad, die waren auch damals in NRW aktiv, deshalb hatte da auch die Kollegin aus NRW erzählt, naja, das ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen, weil die zum Hauptziel irgendwie gefühlt hatten, alles zu hinterfragen und juristisch zu prüfen. Ich habe ja schon ein bisschen so darüber geredet, wie irgendwie die Belastungssituation ist und dass wir unsere Forderungen zusammengefasst haben und dann war es so, dass wir am Montag zu diesem Gespräch eingeladet wurden, da haben wir auch, also aus der Tarifkommission, da waren natürlich auch Leute von uns aus der Tarifkommission, ich war selber auch mit dabei, dann gefragt worden, naja, was fordert die eigentlich konkret? Das ist natürlich so, dass dem Präsidium war das glaube ich schon ein bisschen klar, die haben auch immer gesagt, naja, so ganz konkret wussten wir es halt auch nicht und das ist halt irgendwie ein Problem und Volker Moos dann auch gesagt hat, naja, irgendwie die, ich habe die Forderung jetzt erst bekommen und jetzt lasst uns doch mal über die Inhalte reden, wo wir dann an so ein paar exemplarischen Beispielen auch darüber geredet haben, das ist die Situation, wir fordern diese Sachen, ich greife nur mal irgendwie ein, zwei oder ein Beispiel raus, weil das für mich so im Nachhinein so prägnant war, wir haben zum Beispiel über die Ausbildungsbedingungen geredet, also gesagt haben, für den Auszubildenden da werden auch Forderungen aufgestellt, wo die klar sagen, naja, es ist halt irgendwie doch schon so ein Problem, das Hauptziel von der Ausbildung sollte die Ausbildung und nicht der Einsatz als billiger Arbeitskraft sein und kennst du vielleicht auch selber, wenn man irgendwie den zwölften Tag am Arbeiten ist, dann kommt in den Kopf nicht mehr ganz so viel rein und da natürlich die Frage gestellt wird, ey Mensch, wie weit ist es denn dann noch irgendwie Ausbildung, das ist zwar was, wo man glaube ich auch mal sagen kann, hey, das ist okay, aber vor allen Dingen haben die gesagt, kurz vor den Examsituationen ist das halt echt immer Banane, also du bist da irgendwie am Durcharbeiten und du bist echt total fertig und eigentlich musst du irgendwie noch nebenbei fürs Examen lernen, da fühlst du halt irgendwie komisch an. Wir haben dann noch ein paar andere Forderungen halt debattiert, von der Gegenseite kam da irgendwie nicht viel, sondern da wurde häufig einfach gesagt, ja, das müssen wir nochmal prüfen und alles, naja. Und die Gegenseite war dann in dem Gespräch, war da auch diese Kanzlei dann mit bei? Ne, die war, also die war nicht im Raum. Sie schwebte drüber. Sie schwebte drüber, genau. Komme ich auch gleich nochmal, wieso die so da drüber geschwebt hat. Also in dem Raum mit drin ist dann einmal eingeladen worden, wir als Tarifkommission, also die Einladung ursprünglich ging von Falko Mors, also weil der uns als Ministerium vorgestellt ist, raus an Verdi. Verdi hat dann gesagt, wir gehen da nicht alleine hin, sondern wir gehen nur mit in unserer Tarifkommission hin, weil wir die an dem Prozess beteiligen wollen. Dem wurde dann auch zugesagt. Dann war noch der Personalrat mit drin, gehe ich gleich nochmal drauf ein, wieso das auch nochmal relevant ist. Und auf Seiten von der Arbeitgeberseite war dann halt einmal Falko Mors mit zwei von ihm Bediensteten, die sozusagen für diesen Fachbereich zuständig sind und das Mitglied der vom Präsidium, die mit dabei waren. Genau, also eine relativ kleine Runde eigentlich in der Weise, wo man aber mal irgendwie so in das Gespräch kommt. War für mich auch interessant, weil ich irgendwie noch nie in so einem Ministerium war und da auch mal zu erleben, wie das so abläuft. Das war schon auch eine Erfahrung. Genau, aber dann darüber ein Gespräch war, wo dann halt viel gefragt wurde, naja, könnt ihr mal eure Forderungen irgendwie ein bisschen konkretisieren und das irgendwie erläutern, was für mich auch in dem Moment zumindest vollkommen okay war und auch plausibel war, darauf einzugehen. Hat er ja schon gesagt, wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass es eine einstweilige Verfügung gegen den Streik gibt und eine einstweilige Verfügung heißt, die wird beim Arbeitsgericht eingereicht, wo gesagt wird, hey, dieser Streik, der angekündigt ist für den Mittwoch bis Freitag, der ist rechtswidrig. Für die Aufruf zum Steig muss Verdi natürlich Gründe angeben. Da wurde dann angegeben, wir wollen über diesen Tarifvertrag in Lastung und Verhandlungen kommen und das 100-Tage-Ultimatum ist verstrichen, ohne dass etwas passiert ist. Und zum Durchsetzen greifen wir jetzt auf die Mittel von Arbeitskampfmaßnahmen zurück und um sozusagen den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen, dass wir endlich mal ins Gespräch kommen, weil wenn der Betrieb einfach weiterläuft, dann gibt es da auch Arbeitgeberseite auch kein, genau, dann sagen sie, es ist ja schön, dass ihr euch beschwert, macht halt. Gleiches, was ich gesagt habe mit diesem Konsequenzen. Hat ja auch 100 Tage lang geklappt. Genau, hat ja auch 100 Tage geklappt, genau, das war der Erfolg davon. Genau, und diese einstweilige Verfügung, das heißt dann sozusagen, da wird gesagt, hier aus einem juristischen Grund heraus ist dieser Streik rechtswidrig. Die juristischen Gründe, die dann angeführt werden, müsst ihr selber nochmal nachschauen, was der Hauptgrund war, der in der Klage zumindest angeführt wurde, dass dann gesagt wurde, naja, das sind Sachen, die sind in einem Tarifvertrag nicht regelbar oder sie unterliegen der Friedenspflicht. Ich hatte ja gesagt, es gibt den Tarifvertrag der Länder, also wo die Arbeitsbedingungen zwischen Verdi auf der einen Seite und der TDL geregelt ist, das betrifft uns auch als Landesbetrieb. Darin ist zum größten Teil diese Frage von Gehaltsgruppierungen und Co. geregelt, wo gesagt wird, also formal gelten Tarifverträge immer für Mitglieder der Gewerkschaft, aber erfahrungsgemäß ist der Arbeitgeber meistens eher gewillt, das allen Mitarbeiter zu gewähren, weil sonst gibt es natürlich einen Ansturm bei den Gewerkschaften. Dementsprechend gelten diese Regeln dann häufig für alle, aber wenn dieser Tarifvertrag abgeschlossen ist, hat er immer eine Laufzeit, die ist immer ein bisschen verschieden, jetzt bei der TVL-Runde zum Beispiel irgendwie zwei Jahre, das wird aber in dem Tarifvertrag festgelegt und sobald dieser Tarifvertrag geschlossen ist, herrscht eine sogenannte Friedenspflicht. Will heißen, wenn der abgeschlossen ist, verpflichtet sich die Gewerkschaft auch nicht neu auf Arbeitskampfmaßnahmen zurückzugreifen, um neue Forderungen oder Verbesserungen in dem Tarifvertrag genau zu fordern. Und in dieser einstweiligen Verfügung wurde dann gesagt, naja, es gäbe da einzelne Bereiche, die betreffen den TVL und es gibt Sachen, die sind nicht tariffierbar. Das, was für mich dann, weshalb ich auch gesagt hatte, dass das mit dem, mit diesem Gespräch war schon im Nachhinein echt so ein bisschen komisch. Wir legen offen unsere Forderungen dar, stellen die dar und die Reaktion ist nicht, wir gehen in ein Gespräch darüber, sondern am nächsten Tag, am Dienstag, steht dann die Kanzlei Seitz, also eine private Kanzlei, die dafür, glaube ich, auch ganz gutes Geld bekommt vom Land Niedersachsen, da wedelt mit unseren Forderungen und sagt, das ist ja alles total Quatsch, was sie fordern, weil ich greife mal zwei Sachen raus, also einmal zum Beispiel diese Frage von Ausbildung, das ist in einigen Regelungen schon geregelt und deshalb ist das gar nicht tarifierbar. Andere, das war auch das Interessante, da wurden vor Gericht auch, ich würde mal sagen, fast zumindest, also zumindest Falschbehauptungen aufgestellt. Also es hat gesagt, wir haben zum Beispiel für die Intensivbereiche Forderungen aufgestellt und dann hat der Kollege von der Kanzlei gesagt, der Anwalt, das wäre total Quatsch, weil es gäbe ja schon gerechtliche Regelungen mit der PPR 2.0 für die Intensivstation. Wer sich ein bisschen damit auskennt, die PPR 2.0, die greift nicht für Intensivstationen, ausgenommen sind da von Kinderintensivstationen, da gibt es ein paar Regelungen, die davon betroffen sind oder da gibt es ein paar Regelungen für, aber für den Intensivbereich gilt es explizit nicht. Genau, da haben wir mit Arne letztens noch eine Folge zu aufgenommen, wer da nochmal genauer sich informieren möchte, da haben wir das auch thematisiert. Okay, also um das mal ganz kurz zusammenzufassen, zu dem Punkt, wo du jetzt gerade angekommen bist, diese Kanzlei sagt also, der Streik, den ihr dann machen wolltet vom Mittwoch bis Freitag, ist rechtswidrig, weil das, was ihr mit dem Streik erreichen wollt, kann man gar nicht in einen Tarifvertrag gießen sozusagen. Genau, das ist sozusagen der Kern und das, was ist halt dann so ein bisschen diese, deshalb hatte ich vorhin gesagt, diese Kanzlei schwebt dann irgendwie doch mit drin in den Gesprächen. Eine Erfahrung ist irgendwie, Montag gehen wir ins Ministerium, stellen unsere Forderung vor, am Dienstag werden die auseinandergenommen und juristisch angegriffen, was für die Kollegen auch, glaube ich, echt blöde ist. Also man setzt sich da irgendwie hin, ich habe im Krankenhausratstadt die Normalstation begleitet sozusagen, da ist es eine, die einzelnen Normalstationen haben alle verschiedene Forderungen aufgestellt und dann zu gucken, okay, was können wir auch vielleicht zusammenschließen, um eine gemeinsame Forderung zu machen, wo sich auch, was echt auch bemerkenswert ist, dass man dann Kollegen auch darauf hinweisen muss, hey, ist es auch okay, wenn ihr mal eine, es war eine Erfahrung, die ich hatte, wo gesagt wurde, irgendwie hier im Nachtdienst haben wir bestimmte Forderungen, die wir aufgestellt haben und zum Beispiel irgendwie sagen, mindestens eine 1 zu 10 Besetzung, PPR 2.0 greift nicht für den Nachtdienst, sondern ist nur für den Tagdienst geregelt, für den Nachtdienst damit nicht und wir fordern in der Nacht, dass gesagt wird, wir wollen eine 1 zu 10 Betreuung auf den Stationen, also maximal 10 Patienten, die versorgt werden und dann Kollegen sagen, naja, wir haben halt irgendwie eine Station, die haben hier irgendwie 22 Betten und das ist ja so ein Brechpunkt, wo du dann sagst, naja, dann sind wir eigentlich drei, also wir sozusagen darüber sind und selbst jetzt haben wir die Situation, dass wenn wir zu zweit Nacht machen, dass mal passiert, dass wir schaffen, irgendwie eine Folge von der Serie zu gucken, wo ich immer sagen würde, hey, ist doch vollkommen okay, eigentlich sollte der Regelbetrieb ja sein, dass ihr ein bisschen Erholung habt in der Nachtsituation und es sollte nicht die Situation in der Nacht sein, dass du immer dir die Hackenwund rennst und die Ausnahme sollte sein sozusagen, dass du die Hackenwund rennst, weil irgendwie mal wirklich echt viel los ist und dann Kollegen anfangen sozusagen gegen diese Forderung zu argumentieren, weil sie sagen, naja, das geht ja nicht, dann haben wir vielleicht irgendwie zweimal im Monat eine Nacht, wo wir vielleicht schaffen, eine Serie zu gucken, wo wir sagen, dann ist doch vollkommen okay, das zu fordern und man findet bestimmt dann auch Lösungen, wenn es dann sozusagen hier an so Brechpunkten ist. Aber genau diese Forderungen dann so angegriffen werden und dann das glaube ich auch, also für die Kollegen war das unglaublich schön, mal selber zu sagen, hey, wie willst du eigentlich arbeiten? Wie stellst du dir eigentlich deine Arbeit vor? Da auch mal wirklich gefragt zu werden, das waren, wir haben das in Einzelgesprächen, in Interviews mit den Kollegen gemacht, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wie kannst du dir deine Arbeit vorstellen? Was braucht es für dich, damit du hier bleibst oder damit du sagen kannst, ich habe eine gute Arbeitsbedingung und ich bin zufrieden mit der Arbeit, mit der ich mache, auch fachlich. Das ist glaube ich, nur ganz kurz den Blick auf Pflege zu merken, was ich selber bei mir auch so gemerkt habe, dass ich jetzt das Privileg irgendwie als APN da mir mehr Zeit nehmen zu können, aber weiß auch, dass es ganz häufig fehlt. Ja, und vielleicht kann ich das mal ganz kurz noch ergänzen. Also ich glaube, wenn du, also Pflegekräfte und das war bei mir auch so, man neigt ja dann dazu, zu sagen, das und das läuft nicht und so weiter, aber dass man vielleicht auch mal dazu angeregt wird, zu überlegen, okay, was brauchen wir denn? Also auch mal lösungsorientiert zu sagen, was sind denn meine Anforderungen an einen Beruf, führt ja auch dazu, dass man vielleicht selbstbewusster wird und nicht, dass immer nur so in diese Opferrolle kommt und sagt, ja, die Bedingungen sind schlecht und, aber wir können nichts ändern und das führt vielleicht auch dazu, dass, so wie ihr den Weg gegangen seid, dass ihr bewusst gesagt habt, okay, wir wollen da auch in den Verhandlungen oder in den Gesprächen, ihr habt ja noch keine Verhandlungen geführt, immer konkrete Personen mit drin haben. Das ist ja total wichtig auch für das Selbstverständnis so von, von dem eigenen Beruf. Ja, total. Ist auch, also Funfact an der Seite so, dass wir haben uns natürlich dann auch angefangen, diese anderen Tarifverträge anzugucken und wir haben auch so geschafft, so einen Fachworkshop zu machen, wo wir dann, wo unglaublich viele Pflegekräfte auf einmal gesagt haben, hey, wir haben voll Bock, über dieses Thema mal was zu erfahren. Das war bei uns, war dabei einmal Sandra Memecke, die ist vom DBFK Nord und Jenny Aufenberg, die hat die Ich-Pflege-Wieder-Wenn-Studie, das ist so eine große Studie, die quasi guckt, was bräuchten eigentlich Pflegekräfte, um wieder in den Beruf zu kommen, wo gesagt wurde, das ist ja ein Hauptargument, naja, wenn ihr fordert hier mehr Personal, das gibt es doch gar nicht, wo sie, wo in der Studie relativ gut belegt ist, Mensch, es gibt ungefähr 300.000 Pflegekräfte in Deutschland, die bereit wären, in ihren Job wieder zurückzukehren, wenn die Bedingungen stimmen. Und wo dann viele Kollegen einfach gesagt haben, hey, wir haben uns Bock, damit auseinanderzusetzen, erzählt uns mal darüber was. Also, wo auch Leute auch, glaube ich, unglaublich interessiert sind, mal über den Tellerrand zu schauen und das halt auch das, was dieses Empowerment auch angeht, dann sich über den eigenen Beruf so mehr Gedanken zu machen. Total schöne Erfahrung auch jetzt in dieser Schreckbewegung oder in dieser Tarifbewegung. Genau. Okay. Ja, finde ich voll gut, dass das alles so, ja, dass man da noch neue Ideen mit reingebracht hat. Eine Frage noch so am Rande, das, was du da alles machst, machst du das dann, wirst du dafür freigestellt oder machst du das in deiner Freizeit oder wie läuft das? Da es noch Gespräche und keine Verhandlungen sind, ist das alles Freizeit, was wir da reinpumpen. Ist auch, also, merkt man auch, das ist schon, geht auch an die Substanz, ne, also, ich sehe mal Freunde und Familie gerade ein bisschen seltener, das ist immer ein bisschen ärgerlich, aber habt ihr auch von Familie auch Unterstützung, was halt schon ganz schön ist, sonst könnte ich das auch, glaube ich, gar nicht, das sollte man auch nicht vergessen. Wir haben auch, also genau, es ist halt, glaube ich, einfach was, was man nicht unterschätzen sollte. Das ist eine Belastung, aber es gab von der, Techniker vor kurzem eine Studie rausgekommen, wo die gesagt haben, um sich anzugucken, wie ist denn die Krankheitsbelastung bei Pflegekräften, da ist Überraschung, Überraschung rausgekommen, dass die doch schon mehr belastet sind aufgrund von dieser Arbeitssituation und wir eine Situation haben, wo wir uns jetzt on top nochmal irgendwie Arbeit dazusuchen, aber das okay ist, weil es, glaube ich, so was, also was Positives hat. Also ich habe schon das Gefühl, wir, wir können was verändern. Ich üre mich vielleicht nachher, also das, wenn da jetzt nichts rauskommt, dann wäre das total schade, obwohl ich auch immer sagen würde, alleine schon dieses Vernetzen mit den anderen Kollegen, das ist echt viel wert. Also das, das lohnt sich total, einfach mal zu, mit den Kollegen von Transport zu schnacken und zu sagen, hey, irgendwie, die Transporte gehen immer so langsam, was soll denn das? Das macht uns mehr Arbeit. Und dann zu hören, ja, das können wir voll verstehen, aber wir sind selber irgendwie am Limit, weil man dann nicht mehr so das Gefühl hat, man ist auf der einsamen Insel und alles ist gegen einen, sondern wir sind irgendwie eine, so eine große Inselgruppe oder sowas in der Richtung, ich habe kein gutes Beispiel, aber das halt vernetzt ist und zusammen können wir ganz viel erreichen. Das ist so das Schöne, glaube ich gerade. Ja, voll gut. Okay, jetzt, gut, dann waren wir an dem Dienstag, wo gesagt wurde, der Streik ist rechtswidrig, also dürftet ihr da nicht streiken. Genau, also die einstweilige Verfügung war, dass ich selber war bei der Gerichtsverhandlung nicht dabei, ich habe das aber von, einige Kollegen waren da, die hatten halt auch gesagt, das ist echt irgendwie so deprimierend gewesen, was da sozusagen angebracht worden von dieser Kanzlei und man muss halt auch sagen, die haben ungefähr 72 Anklagepunkte gehabt, also wo gesagt haben, aufgrund von diesem Anklagepunkt ist der Streik rechtswidrig, in 70 wurde gesagt, das Quatsch, also auch dieses Argument, wir sind Teil der TDL und deshalb dürfen wir gar nicht verhandeln, wo gesagt wurde, das ist, 2005 wurde das schon mal vom Bundesarbeitsgericht ausgehandelt, nur weil du in einer Gruppierung bist, also dieser TDL und du dir in die Satzung selber reinschreibst, ich darf XY nicht, entledigt dich das nicht von der Verpflichtung gegenüber deinen Mitarbeitern, also als Arbeitgeber habe ich auch eine Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern, dort sozusagen in Verhandlungen zu gehen und deren Interesse auch wahrzunehmen. Du kannst nicht sozusagen durch diesen einfachen, ich unterschreibe Mitgliedsbeitritt in einem Verein, wo drin steht, ich darf das nicht mehr, dich da dieser Verantwortung entziehen. Genau, so irgendwie 70, ich meine, es waren ungefähr 72 Anklagepunkte da, in 70 wurde von der Richterin auch, was ich so gehört habe, so ein bisschen Nachdruck manchmal gesagt, weil dann angebracht wurde, naja, das wäre irgendwie total Quatsch und sie dann auch dem Anwalt gesagt haben, es geht ja nicht um die Frage, ob das irgendwie richtig oder falsch ist, sondern ob es rechtens ist. Es gab dann aber zwei Punkte, das war bei uns, das war angesprochen, einmal, dass gesagt wurde, naja, ein paar von den Bedingungen von den Azubis und ein Punkt von den Physiotherapeuten, die hatten den Punkt mit drin, dass die eine Minutenzeitbemessung für ihre Patienten haben wollten. Ich glaube, da wird das Problem mehr gewesen sein, dass in so einem Gerichtsprozess dürfen immer nur die Anwälte reden, da darf sonst keiner reden. Ich hätte vorher gesagt, also selbst wenn da irgendwie inhaltlich falsche Sachen gesagt werden, darf da nicht aus dem Gerichtssaal ein Wiederhof stattfinden und gesagt werden, hey, das ist übrigens Quatsch, was da gerade erzählt wird, sondern es dürfen da nur die Anwälte reden und das auch das meine mit dem, also es wird ja juristisch irgendwie argumentiert, wir haben unsere Forderungen dargelegt und dann werden die juristisch ausgeschlachtet, wo man auf jeden Fall hätte nochmal in Dialog gehen können, hey, diese Minutenregelung, die dient eigentlich nur dazu, irgendwie zu begrenzen, dass wir nicht gesagt bekommen, wenn du zehn Prozent gestern versorgt hast, versorg doch halb immer elf und morgen zwölf und übermorgen dreizehn, sondern da eine Regelung zu finden, die Argumentation, die dann von der Kanzlei Salz geführt wurde, naja, was ist denn eigentlich, wenn wir das jetzt reinschreiben in den Tarifvertrag, also eine 60 Minuten pro Patient und es gibt medizinischen Vorschritt und du brauchst dann irgendwie nur noch 50 Minuten von dem Patient, das sollte doch lieber ein Arzt entscheiden als die Therapeuten. Und da die Richterin dann gesagt hat, naja, okay, macht schon irgendwie Sinn, das würde ich ihr auch gar nicht vorwerfen, dass in all diesen, das ist ein unglaublich komplexes System und kein Richter der Welt oder keine der Personen der Welt kann sich, glaube ich, mit allen Sachen auskennen, aber war halt da das Problem, dass diese Argumentation da plausibel erschien und dann gesagt wird, naja gut, auf dem Grund, das ist halt irgendwie nicht regelbar oder das könnte man da sozusagen nicht regeln, diese medizinische Entscheidung abzugeben an die Therapeuten und auf dem Grund, dass gesagt wurde, da gibt es, das habe ich auch eine der Sachen, die ich jetzt gelernt habe, in Deutschland gibt es ein, wie wurde das genannt, ein Omelette-Gesetz oder ein Omelette-Verfahren. Du hast das Problem, wenn du in deiner Forderung, in dem Forderungskatalog, den wir übermittelt haben, ein schlechtes Ei drin hat, ist dein ganzes Omelette schlecht. Will heißen, aufgrund von diesen beiden Forderungen, wo gesagt wurde, die sind nicht regelbar, also die unterliegen in dem Fall von dem einen der Friedenspflicht und sind der anderen sozusagen außerhalb von den regelbaren Bereichen, muss diese Forderung neu gestellt werden. Du kannst da nicht einfach sagen, okay, dann ignorieren wir diese beiden Punkten und gucken auf die anderen, sondern du musst diesen ganzen Prozess nochmal durchrollen. Das ist auch so ein bisschen das, weshalb ich glaube, dass dieser Einsatz dieser Kanzlei so schlimm ist, weil wir vorher eine Situation hatten, alle Partner wollten eigentlich kurze Streiksituationen haben. Ich würde das bei einer Kanzlei, die dafür bezahlt wird, zu beraten und das abhängig von dem Zeitraum ist, zumindest in Frage stellen, dass die ein Interesse daran haben, dass diese Streiks möglichst kurz sind. Weil die Erfahrung auch war, die Wut in der Klinik war schon unglaublich groß. Also weil gesagt wurde, das ist echt eine Unverschämtheit, dass wir von unserem eigenen Arbeitgeber gerade verklagt werden, gegen unser Streikrecht vorgegangen wird und in der Weise mit uns umgegangen wird. Ihr wurdet dann vertreten durch auch einen Anwalt von Verdi oder wer saß dann für euch sozusagen oder für eure Seite da? Genau, ein Anwalt von Verdi. Also die Klage läuft natürlich formal gegen Verdi, weil Verdi die Gewerkschaft ist, die zum Streik aufgerufen hat. Das heißt, ich müsste die Schrift nochmal drin reinlesen, aber da wird dann halt sozusagen im Kern gesagt, hey, bitte unterlasst den Aufruf zum Streik. Wenn ihr das nicht macht, dann gibt es eine Strafe von, ich glaube, irgendwie 250.000 Euro und das ist sozusagen dieser Kern, diese einsverlegende Verfügung, dass gesagt wird, bitte unterbindet das und da dann halt natürlich dadurch, dass Verdi angeklagt ist, dass und die auch eine eigene Rechtsabteilung haben, dann einen Kollegen aus der Rechtsabteilung, den kann man zwar vorher mit Informationen zuspielen, aber auch das Gleiche wieder, der sitzt dann da sozusagen, also nicht ganz alleine, hat doch ein anderer Kollege Auber, auch von Verdi, der da mit ihm drin sitzt, aber der hat nicht die Möglichkeit, da eine Rückkopplung zu machen. Okay, dann war das sozusagen das Ergebnis von der Gerichtsverhandlung, dass ihr nicht streiken dürft. Genau, war auch, glaube ich, ein bisschen komisch, weil das natürlich, also die Gerichtsverhandlung war Dienstag, die ging, ich glaube, der Richterspruch, oder wie das heißt, ist, glaube ich, irgendwann gegen 16 Uhr eingegangen. Eigentlich waren wir für Mittwoch zum Streik aufgerufen und es gab auch Stationen, wo die Streikbeteiligung so hoch war. Dafür gibt es im Krankenhaus, hat er das ja angedeutet, ein Krankenhaus oder Streik im Krankenhaus ist immer noch mal so ein bisschen komplizierter, glaube ich, als wenn du einen Supermarkt bestreikst, weil es schon um eine Frage von Gesundheitsversorgung geht. Du nicht einfach sagen kannst, ja, dann kommen wir nicht so arbeiten, lassen alles liegen. Dementsprechend gab es natürlich vorher eine Notdienstvereinbarung, also dass sich das Präsidium und die Kollegen, teilweise die Rufkommission, teilweise die Teamdelegiert und Verdi mitunter dann an einen Tisch setzen und sagen, hey, wenn das zum Streik kommen sollte, welche Spielregeln gelten für beide Seiten. Die war eigentlich soweit ausgehandelt. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab es noch, also war sie nicht beidseitig unterschrieben, beidseitig unterschrieben, heißt, also haben beide Seiten unterschrieben, die Gewerkschaft, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Präsidium. Großteils, weil es im Bereich von dem OP noch so Streikpunkte gab, also wo die gesagt haben, nee, wir wollen mehr Seele offen haben und wir gesagt haben, nee, das sehen wir nicht, weil da auch die Erfahrung aus der Runde von der TVL war, dass Kollegen gesagt haben, da wurden dann auf einmal Operationen als Notfall deklariert, die sonst immer als elektive Eingriffe gelten und das dann schon so ist, ey, das machen wir nicht mit sozusagen, dass ihr sagt, wir fahren den OP genau wie vorher, ohne Einschränkungen, also vielleicht irgendwie ein ganz bisschen Einschränkungen, aber wir machen trotzdem die OPs, weil man muss auch gestehen, das glaube ich, ihr hattet sogar mal eine Folge zum Krankenhausfinanzierung, weiß ich nicht, gibt es hier von Michael Simon, habe ich da, ich habe an der HSH selber meinen Bachelor gemacht, von daher hatte ich von ihm auch viel gelesen, der hat ja relativ viel Gutes dazu geschrieben und in der Krankenhausfinanzierung ist es halt auch so, dass der OP-Bereich einer der Bereiche ist, die größte Auslösung von DRGs hat, also die größte Finanzierungsfaktor ist und damit natürlich auch, wenn es um diese Frage von Streik geht, eins der stärksten Mittel, ist das, dass man sagt, wir beschränken das in der Weise, weil wir damit die Finanzierung angreifen, können wir nachher auch nochmal, ich weiß nicht, ob das vielleicht für heute nochmal ein großes Thema, aber diese Frage von Krankenhausfinanzierung ist ja auch, glaube ich, eine unglaublich spannende, wo man auch, glaube ich, nochmal drauf schauen sollte, aber genau da gab es sozusagen keine Einigkeit, wir haben dann trotzdem die Notdienstvereinbarung, die wir in den letzten, in der TVL-Runde gehabt hatten, beim Gericht hinterlegt und gesagt, na, wenn das nicht zu einer Einigung kommen sollte, wir halten uns an diese Vereinbarung, weil die galt schon im letzten Winter und wurde da auch unterschrieben und hat da auch nicht dazu geführt, dass es irgendeine Patiententschädigung oder irgendwas gegeben hat und dann ist aber halt so gewesen, am Dienstagnachmittag ist die Streikabsage bekommen, einige von den Stationen, die waren schon komplett runtergefahren, also die hatten schon alle Patienten entlassen, weil da die Streikbeteiligung so groß war, dass klar war, wir können ganze Stationen schließen, weil die Kollegen halt auch von ihrem Streikrecht Gebrauch machen wollen und da auf ihr Grundrecht bestehen und das dann auch umsetzbar war und dann war es halt irgendwie von einem einen Tag auf den anderen so, ja, ist doch nicht, das hat auch für so ein bisschen Trubel in der Klinik irgendwie gesorgt, weil das schon eine Herausforderung dann ist, weil es dann hieß ja, also, was machen wir denn jetzt irgendwie, Betrieb wurde dann langsam wieder hochgefahren, eigentlich war irgendwie alles darauf eingestellt, dass dieser Streik stattfindet, war dann aber nicht so, genau, ganz, ganz kleiner Dank an Falco Mors, also wir haben an dem, in der Woche haben sich unglaublich viele Kollegen in der Gewerkschaft zusammengeschlossen, weil die gesagt haben, ey, bei diesem Umgang mit uns, das geht einfach echt nicht, da muss was passieren, genau, und wir stehen, das ist, glaube ich, das, weshalb heute das Datum auch so spannend ist, wir stehen jetzt kurz davor, dass wir nächste Woche den nächsten Streik angekündigt haben, also gesagt haben, naja, wir haben unsere Forderung dann nochmal überarbeitet, die sind alle nochmal rechtsmäßig geprüft worden, damit auch so ein bisschen zusammengeschrumpft, weil wir dann das Gleiche machen müssen, was, was vorher passiert ist, also dass wir nicht mehr das in der vollen Aufführung darstellen können, weil ansonsten müssten wir bei jeder einzelnen Forderung genau prüfen, ob die hundertprozentig rechtsmäßig ist und dementsprechend, wir, wir wollen das in der Weise nicht, wir wollen eigentlich in die Verhandlungen gehen, aber aufgrund dieser Situation, dass da eine Kanzlei mit drin ist, müssen wir es so machen und haben die Forderung dann nochmal rechtsmäßig geprüft, dem Kollegen von der, Emma Hauen von dem Wissenschaftsministerium dann auch nochmal, ich glaube zwei Wochen oder sowas, extra Zeit gegeben, diese geänderten Forderungen, die im Kern die gleichen Forderungen wie vorher waren, mit ein bisschen Einschränkungen, ein paar Passagen, die rausgenommen wurden, nochmal nachzulesen und haben jetzt gesagt, nächste Woche, den 16. würden wir in den Wahlstein gehen und wir nehmen es am Mittwoch auf, morgen findet eine erneute Gerichtsverhandlung aufgrund von der ein-, zweitigen Verfügung, wo ich noch ein bisschen gespannt bin, das ist jetzt so ein bisschen Zukunftsgucken, aber kann auch noch sein, wir hatten heute Morgen nochmal auch ein Gespräch im Präsidium, wo wir gesagt haben, also wo auch viele Kollegen da waren, auch viele Auszubildende da waren, die auch dem Präsidium gesagt haben, ey, das wie ihr gerade mit uns umgeht, das hinterlässt einfach kein gutes Gefühl und ich bin eigentlich, also ist bei mir auch so, ich bin eigentlich, wenn jemand draußen über die MAH meckert, dann bin ich schon angegriffen, da habe ich schon so einen gewissen Stolz und sage dann, hey, hör mal auf, das ist ein gutes Haus, aber jetzt in einer Situation zu sein, wo wir selber verklagt werden, die Argumentation vom Präsidium war dann immer häufig, naja, eigentlich verklagen wir ja Werdi, nicht euch, wo wir aber sagen, ey nee, das lässt sich einfach nicht so einfach trennen, weil wir haben die Forderung aufgestellt, wir haben das zusammengetragen, wir sind diejenigen, die sagen, macht endlich was und damit ist ein bisschen egal, wer oben auf dem Briefkopf steht, sondern es fühlt sich gerade so an, als wenn die Leute, die eigentlich für die Führung des Unternehmens zuständig sind, gegen uns vorgehen. Ja und was ich halt auch so denke ist, also ihr seid ja noch nicht mal bei dem Punkt der Verhandlung, also es geht ja jetzt gerade um diesen Streik und diese Wertschätzung ist ja einfach auch nicht vorhanden gegenüber euch als Mitarbeitende, also das und zusätzlich, also bei dem Fachkräftemangel kann man sich das ja eigentlich gar nicht leisten, so vorzugehen, denke ich mir halt so, also ich meine, du könntest wahrscheinlich morgen früh einen Frühdienst in einer anderen Klinik machen, das wäre ja gar kein Problem. Ja, wahrscheinlich. Genau, ja, also es gibt nur zur Transparenz, also es gibt natürlich auch Angebote von Volker Mors, jetzt gab es auch Angebote, dass er gesagt hat, na hey, lasst uns mal in Verhandlungen gehen und uns ein Verhandlungskonzept vorgeschlagen hat, um zu klären, wie könnten so eine Verhandlung aussehen, wo dann aber relativ schnell klar wurde, da haben wir auch als Tarifkommission einstimmig viel gestimmt, das können wir in der Weise nicht annehmen, weil da dann drin ist, sowas wie, naja, die Verhandlungen dürfen maximal fünf Mitarbeitern der MAH geführt werden, das schließt die Tarifkommission mit ein, also wir sind nicht am Verhandlungstisch, können sozusagen dann das auch nicht machen. Es waren auch so eine Klauseln drin, dass gesagt wurde, ihr dürft keine Rückkopplung machen, also Informationen nicht nach außen tragen, heißt also, wir dürfen nicht über das reden, was in dem Verhandlungskreis bestroffen wird, also der Wunsch von Volker Mors oder von dem Ministerium da, bitte lasst uns da Verhandlungen in einem kleinen stillen Kämmerlein machen. Dafür, das war das Entgegenkommen, das große, werden wir das auch, was in diesen Gesprächen gesagt, auch nicht juristisch ausschlachten. Also andere Formulierungen, aber inhaltlich sozusagen, wo dann gesagt wurde, das wäre unser tolles Entgegenkommen und ihr müsst auf euer Streikrecht komplett verzichten. Also während die Verhandlungen laufen, muss klar sein, da darf nicht gestreikt werden. Also ist halt dann halt ein Problem, wo wir sagen, naja, also dann haben wir halt die Situation, dass das Machtverhältnis, was im Krankenhaus, glaube ich, immer nochmal ein Faktor ist, die man allgemein in dieser Frage von Auseinandersetzungen nicht außer Acht lassen soll. Ich bin bei meinem Arbeitgeber angestellt und bin davon abhängig, dass er mir mein Gehalt bezahlt, weil ich auch eine Wohnung habe und ganz gerne esse und bin in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Und damit ist schon so eine Machtstruktur vorhanden, die nicht einseitig ist, dass es auf den Augen her ist. Und eine Gewerkschaft schafft es sozusagen, da dieses in eher eine Balance zu schaffen, weil es natürlich sagt, hier, wenn eine Streiksituation ist, bezahlen wir euch den Verdienstausfall, damit wir gemeinsame Forderungen durchsetzen können, damit wir sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Das können wir sonst, also als Einzelperson kann ich das nicht machen. Ich kann mich halt nicht hinsetzen und sagen, ich versorge den elften Patienten nicht mehr, bis ihr dafür sorgt, dass ich nur noch zehn Patienten versorge. Und dann sagt ihr, mach, setz dich halt hin, bezahlen wir dir kein Geld und nach ein paar Tagen schauen wir da mal zu. Das kannst du ja nur machen, weil du sozusagen Zusammenschluss hast. Wir uns gemeinsam überlegt haben, das sind unsere Forderungen und die sind wir auch bereit durchzusetzen. Und wir wollen halt nicht betteln darum, sondern wir wollen die durchsetzen, weil wir sie auch für wichtig halten. Ich glaube auch, das wird politisch, glaube ich, auch häufig ein bisschen vergessen oder zumindest meine Einschätzung. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe selber eine Studie mit Public Health gemacht. Also das ist, dass man sich viel so das Gesundheitssystem als komplex anschaut. Und ich glaube, dass eine Verbesserung der Versorgung deutlich billiger ist, als es angenommen wird, weil es häufig dazu führt, dass du ganz viel von den Problemen, die wir heute haben, Drehtüreffekt, was ich gesagt habe, also der Patient, der nach sechs Monaten immer wieder kommt mit dem gleichen Harnwegsinfekt, der ist in dem aktuellen System und das will ich gar nicht den Klinikärzten oder halt der Klinik vorwerfen, ist für die in gewisser Maße eine sichere Einnahmequelle, weil die aufgrund von den DRGs irgendwie wird dann gesagt, wenn der nach vier Monaten wiederkommt, dann wird keine neue DRG ausgelöst, weil ihr habt die Versorgung nicht korrekt abgeschlossen und dann ist er ein Kostenfunkt. Wenn er nach sechs Monaten wiederkommt, ist das vollkommen okay und wir haben dann halt so eine Situation, wo du dafür bezahlt wirst, dass du eine Versorgung von Krankheiten machst und das ist, es gibt von, falls ihr noch irgendwie Teilnehmer für euren Podcast sucht, Nadja Rakowitz, die hatten wir auch bei einem Vorschlag mal dabei gehabt, wo wir uns so ein bisschen auch gebildet haben über das Gesundheitssystem, die gesagt haben, das ist ein bisschen so, als wenn du die Feuerwehr dafür bezahlst, wenn es brennt und in dem Public Health Studiengang, wo ich viel unterwegs bin, geht es viel um diese Präventionsfrage, also dass du sagst, wenn ich mir halt einfach den Tag mehr nehme oder die Stunde mehr Zeit und mich mit Patienten vor der Entlassung hinzusitzen und zu sagen, hey, lass uns mal durchgehen, was irgendwie Vorausforderungen sind, lass uns vielleicht auch nach dem Aufenthalt nochmal kurz irgendwie telefonieren oder irgendwas anderes machen, um zu gucken, wie kommst du eigentlich zu Hause klar, weil ich nicht will, dass du in sechs Monaten wieder hier stehst mit dem gleichen Problem. Und das zumindest für die Frage der gesamten Gesundheitsversorgung lohnt sich die gute Qualität. Die ist am Anfang initial vielleicht teurer. Ich glaube, auf lange Sicht ist sie das aber nicht. Sie halt aus dem Grund, dass du dann da bist. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich jetzt gerade indirekt sozusagen an meiner eigenen Arbeitssicherheit habe. Also solange es zu versorgende Personen im Krankenhaus gibt, kann ich ziemlich sicher sein, immer einen Arbeitsplatz zu finden. Wenn es die nicht mehr gibt, Ich glaube, das Problem werden wir nicht haben. Da kommt schon genug Nachschub, allein durch die Babyboomer. Genau, also glaube ich auch nicht. Aber so, also nur, das ist was, wo man glaube ich auch manchmal so ein bisschen Probleme hat, in der Weise, wie wir unser System gerade strukturiert haben, kommen da manchmal Probleme auf, die vielleicht am Anfang auch nicht bedacht wurden. Das will ich auch gar nicht vorwerfen, dass eine Miteinführung von DRG-Systemen, dass irgendwie das Ziel war, da Patienten zu eine Ware zu machen und Krankenhäuser zu zwingen, zu einer Warenproduktion in der Weise zu werden. Das ist aber ein Effekt, den man teilweise sieht, wo man schon sich Gedanken muss, hey, wie können wir irgendwie dagegen vorgehen? Genau, sollte man halt nicht außer Acht lassen. Deshalb ist es halt natürlich so irgendwie, ich habe in meinem Studium, wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, ist es in Deutschland nicht gerade so, dass wir in dem Verhältnis, was unser Output angeht, wenn es um die Frage davon, was halt durch die Lebenserwartung und Half of the Years angeht, also der Frage, wie lange bist du eigentlich in Gesundheit? Das ist ja auch nochmal so ein Faktor, also wie lange bin ich irgendwie gesund oder krank in meinem Leben? Im Verhältnis setzen zu dem Input, den wir geben, was Personalzahl angeht, sind wir nicht wirklich gut. Und da lohnt es sich halt schon auch nochmal drauf zu schauen, dass das gegebenenfalls umzustrukturieren und einen Schritt dahin ist, glaube ich, eine Entlastung zu schaffen, damit wir qualitativ hochwertige Arbeit machen, weil ich glaube, sie lohnt sich. Ja, also ich glaube, wenn wir das Thema jetzt noch aufmachen, dann können wir noch zwei Stunden sprechen, weil das ist natürlich, ja, weil die Notwendigkeit, den Nutzen in Prävention zu sehen und das auch zu finanzieren, ist natürlich nochmal eine ganz, er bedarf einer ganz anderen Änderung des Verständnisses auch des Gesundheitssystems an sich. Also da haben wir auch schon einige Folgen zu gemacht. Deswegen, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Aber ich stimme dir in allem vollkommen zu, dass das notwendig ist und auch grundsätzlich das anders verstanden werden muss. Also sektorenübergreifende Versorgung auch mal irgendwie gestaltet werden muss. Und sonst ist es halt okay bis zur Entlassung und dann ist es irgendwie in die Langzeitversorgung oder nach Hause oder wie auch immer. Aber da findet immer ein krasser Bruch statt und die Kommunikation und ach, da gibt es tausend Dinge, über die wir jetzt sprechen könnten. Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, so, was du sagst, das ist ein unglaublich großes Thema. Würde ich jetzt auch nicht irgendwie ganz aufmachen wollen. Ist aber was, was man, glaube ich, nochmal im Hinterkopf, wie manchmal so behalten sollte bei so einen Forderungen, weil da häufig die Argumentation ist, naja, diese ganze Frage, das wird ja auf einmal zu einer unglaublichen Einschränkung in der Versorgung führen, weil wir dann eine Kapazitätsreduktion machen würde, wo ich sagen würde, bedenkt das, weil es wird initial vielleicht eine Kapazitätsreduktion zur Folge haben, aber es wird langfristig, unabhängig von der Finanzierung, das ist, da sehe ich den Punkt vollkommen und komplett, auch einen positiven Effekt bringen. Das ist was, was man, glaube ich, nicht irgendwie außer Acht lassen soll. Und das, was, also jetzt, um nochmal ganz kurz auf diese Streiksituation zurückzukommen, also, ne, wir streiken hoffentlich, wenn dieser Podcast rauskommt, irgendwie am Samstag in zwei Tagen, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen, auch nicht außer Acht lassen sollten. Das geht auch nicht irgendwie darum, dass wir gerade jetzt diesen großen wirtschaftlichen Schaden machen wollen, sondern das ist ein Instrument, wo wir gemerkt haben, wir kriegen es anders nicht durchgesetzt, weil da Macht, glaube ich, auch, und das ist das, was man da auch nochmal sehen sollte, eine Macht kann auch was Positives sein und wir haben, glaube ich, die Macht gerade unseren eigenen, unseren eigenen Arbeitsbedingungen zu schreiben. Das ist ein unglaublich großes Empowerment für die ganzen Kollegen. Und ich, also, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber ich würde das auch nicht vergessen, dass wir gerade gesamtgesellschaftlich, glaube ich, auch ein bisschen Probleme haben, Demokratie gut zu leben, wenn man, ich weiß nicht, ihr habt, glaube ich, auch vor ein, zwei Folgen gesagt, ihr wollt zu den nächsten Bundestagswahlen mal die ganzen Parteien einladen, um in Gesprächs zum Ausgeschlossen der AfD, was ich auch begrüße sozusagen, da einen Ausschluss zu machen. Ja, ja, das steht fest. Genau, aber das ist ja sowas, wo wir, glaube ich, schon jetzt eigentlich eine basisdemokratische Bewegung haben, also es darf sich jeder beteiligen, es beteiligt sich auch jeder und wir die Erfahrung haben, dass eine SPD-geführte Landesregierung, dem SPD-geführten Ministerium, also Volker Mors, nichts ist hier zu sagen, auf Seite sagt, hey, das ist ja super gut, dass wir gerade eine Demokratiebewegung haben und ich unterstütze die Arbeitnehmer voll, der ist, also sagt selber, er ist auch Gewerkschaft, ich weiß nicht, ob er das Buch noch irgendwo hat und ich unterstütze das sozusagen nicht, sondern ich gehe da juristisch gegen vor, dass einfach schon, glaube ich, auch da gefährlich ist, da zu sagen, ey, Mensch, das macht bei den Leuten auch kein gutes Gefühl, weil das, glaube ich, schon wichtig ist, auch für die Politik zu verstehen, wir, es gibt hier keine, keine Nullrunde für euch, also aufgeben ist für uns keine Option in der Weise, weil wir sagen, wir sind in diesen Prozess reingehen und wir kämpfen für unsere Arbeitsbedingungen, weil sie uns wichtig sind und es wird keine Nullrunde geben und von daher tut er, tut was und kommt auf uns zu, weil das, glaube ich, auch Vertrauen in Politik schaffen kann, wenn wir die Erfahrung machen, hey, Mensch, die bewegen sich mit uns und das, das fehlt halt gerade so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Traurige. Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, das hätte ich gesagt, wir hatten heute Morgen, waren wir beim Präsidium gewesen und vielleicht wird diese, diese Klage noch zurückgezogen. Am Samstag könnt ihr dann mehr oder wisst ihr mehr dazu, aber es kann immer noch sein, so dass, was ein unglaublich großer Schritt wäre, dass, dass, da würde ich echt den Hut vorziehen vor dem Präsidium und vor Volker Moors, wenn sie sagen, wir verzichten darauf, weiter auf diese Kanzlei zu bauen. Ich bin aber skeptisch. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt so von dem, was du geschildert hast, auch eher skeptisch. Aber nochmal ganz kurz, du hast gesagt, jeder und jede Person. Das heißt, wenn ich nicht Mitglied bei Verdi bin und Pflegekraft in der MHH oder aus anderen, also nicht nur Pflegekraft, sondern auch alle anderen Mitarbeitenden, kann ich mich trotzdem an den Streiks beteiligen? Darf ich das? Ja, also genau, du darfst bei allen Prozessen beteiligt sein, also sowohl, was streiken geht, streiken ist ein Grundrecht und da gibt es keine Einschränkung. Wenn in einem Betrieb zum Streik aufgerudert ist von der verhandelnden Gewerkschaft und gegenüber dem Arbeitgeber, darf jede Person dort von dem Grundrecht Gebrauch machen und eine Grundrechtseinschränkung braucht sehr penibile Gründe. Wie gesagt, Krankenhaus ist halt so ein Sektor, da ist es halt echt nochmal, wo auch glaube ich nochmal genauer geguckt wird, weil es halt um diese Frage von Grundversorgung geht. Aber das Streikrecht gilt für alle, es darf jeder streiken. Die einzige Einschränkung ist, das sollte man immer, glaube ich, nicht außer Acht lassen, wenn du nicht arbeitest, muss dein Arbeitgeber dich auch nicht bezahlen. Das ist die Funktion, die da die Gewerkschaft sozusagen und die Gelder, die man da selber einbezahlt, sind im Endeffekt das Geld, was man nachher wieder raus hat, wenn es denn zu Streiks kommt. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die, glaube ich, damit reinspielen, aber das ist der größte Teil, wo die Mitgliedsbeiträge reinfließen, einfach weil das kostet echt Padde sozusagen, wenn du jetzt sagst, ich bezahle mal eben für, mal schauen, wie viel wir dann sozusagen im Streik haben, aber für die Hälfte der Belegschaft, der MAH bezahle ich mal eben so das Gehalt, ist keine kleine Summe. Ja, definitiv. Und ich finde jetzt an dieser Folge wird auch nochmal deutlich, wir haben ja auch viele Folgen so zum Thema Pflegekammer gemacht und Niedersachsen hat ja grundsätzlich auch eine Historie, was das Thema Pflegekammer angeht, aber ich finde, da wird jetzt auch nochmal ganz deutlich, dass es die Gewerkschaften braucht für genau diese Dinge, weil die sind halt auch einfach Profis da drin, was dieses ganze Thema angeht, die stellen Anwälte zur Verfügung und so weiter. Also das ist auf jeden Fall notwendig, ersetzt natürlich aber keine Pflegekammer so, es muss beides existieren, aber das wollte ich nochmal kurz sagen, dass es glaube ich wichtig ist, dass es sowas gibt, weil sonst wäre man ja total verloren. Ich, also nochmal ein spannendes Thema, bevor, also würde ich auch nicht ganz oft machen, aber das war bei mir auch, ich habe auch eine große Skepsis gegenüber Verdi gehabt, weil die in der Positionierung, also Niedersachsen ist nicht ohne Geschichte in Beziehung Pflegekammer und Verdi. Und ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben halt auch so Fachwörtershops gemacht, wo wir gesagt haben, hey, was interessiert eigentlich die Kollegen, worüber würdet ihr mal gerne Sachen erfahren? Und dann war ich unglaublich froh, dass Sanna Memica halt auch zugesagt hat. Die war damals die Vorsitzende von der Pflegekammer für die Zeit, die es in Niedersachsen gegeben hat. Und das war natürlich ein Thema, mit dem ich mit ihr dann auch mal so gekotcht habe, hey, wie stehst du da eigentlich dazu? Zum einen, wo sie sagt, naja, also Verdi ist ja nicht einziger Aktionär gewesen. Es gibt neben Verdi, also unabhängig davon, ob man die Entscheidung von Verdi jetzt für richtig hält oder für falsch, ich halte die in dem Bezug auch, glaube ich, für kritisch. Aber gab es halt auch andere Akteure, die dagegen fungiert haben. Und sie selber auch gesagt, ey, der ist kein böses Blut in irgendeiner Weise. Die ist eine Einladung von, wo wir auch gesagt haben, das ist eine Verdi-Veranstaltung. Also es ist eine Veranstaltung, die in einem Verdi-Haus stattgefunden hat. Und hast du Lust, dazuzukommen? Und die hat nicht gezögert, sozusagen dazuzusagen. Hat gesagt, ja, super gerne. Also und wenn ihr noch mal was macht, lade ich mich gerne ein. Das war halt auch mal ganz cool, das zu sehen, das, was du auch sagst, dass man kann die Sachen nicht separat betrachten. Und das ist natürlich das, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch eine Folge zu gemacht, aber das ist ja auch so ein Problem, dass natürlich auf Bundesebene oder halt auf Landesebene fehlt für die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen aktuell, die reale Ansprechpartner. Und Verdi kann das natürlich nur sein, in Sachen, wo es um Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht. Also diese Fragen. Aber es kann es nicht für andere Bereiche, sozusagen. Da kann es unterstützend agieren, aber nicht als primärer Hauptakteur. Und da, ich bin selber da, ich unterstütze die Kammer, ich war da selber auch Mitglied drin, aber ich habe eine meiner ersten oder eine meiner Hausarbeiten auch mal zu dem Thema geschrieben, zu dieser Frage, was eigentlich so berufspolitische Vertretung angeht. Das muss nicht immer eine Kammer, glaube ich, sein. Kann es, glaube ich. In Deutschland ist das auch der Weg, der am zukunftsversprechendsten ist. Aber du brauchst halt irgendeine Vertretung, um, wenn ihr, wie bei hier gemeinsamen Bundesausschuss, also das Gremium, und das auch so ein bisschen für die Frage entscheidet, wie die Versorgung in Deutschland aussieht, die sagen halt, wir waren mal im Studium zum Gespräch da gewesen, die sagen halt auch, naja, Pflege ist hier nicht repräsentiert. Also da sitzen Vertreter von den Ärztekammern und von den Krankenkassen. Es gibt eine Patientenvertretung, die ein Vetorecht jetzt hat, aber das heißt im Endeffekt, nur sie darf einmal wieder sprechen, dann wird das Gleiche nochmal auf die Tagesordnung gesetzt und dann kommt es trotzdem durch. Gibt es keine Vertretung von der Pflege aktuell da, in dem, in dem eins der höchsten Gremien innerhalb von Deutschland? Ja, und die entscheiden ja über Dinge, die für die, für den Beruf der Pflege einfach relevant sind. Aber gut, das ist jetzt wieder ein Fass, ne? Also ich wollte, oder was halt, glaube ich, wichtig ist einfach zu sagen, ist, dass man ganz gut sehen kann, dass Pflegekammer und Gewerkschaft Berechtigungen haben und beide, es ist wichtig, ist, dass beides existiert. Ob das, also eine Vertretung zumindest, ja, ob das jetzt eine Pflegekammer sein muss, aber ja, okay, das heißt, der aktuelle, wir sind jetzt sozusagen in der Gegenwart angekommen, beziehungsweise, wenn der Podcast erscheint, dann sprechen wir schon wieder in der Vergangenheit, aber der, der Stand der Dinge ist jetzt, dass eine Gerichtsverhandlung jetzt folgt und dann entschieden wird, ob der Streik, den ihr für Montag plant, rechtswidrig ist oder nicht. Genau, das ist sozusagen das, was jetzt ansteht. Genau, es war letztes Mal auch so, wir haben schon viele Streikprogramme vorbereitet, das war letztes Mal ein bisschen schade, aber genau, das werden wir dann sozusagen sehen, also die Hörer der Zukunft werden uns darüber berichten. Ja. Aber genau, das ist die große Frage, ob wir dann am Montag streiten können und ich fürchte, also wenn es sozusagen jetzt rechtswidrig ist, ist das, glaube ich, immer nur ein Aufschub, es ist kein Verhinderung und das fördert den Dialog nicht. Ich hoffe sozusagen, dass da eine andere Lösung gefunden wird, und dass wir dann halt auch in Tarifverhandlungen gehen können. Okay, das war jetzt viel Input, aber ich glaube total spannend, weil was würdest du sagen, so für andere Häuser, andere Einrichtungen, hast du irgendwelche Tipps, wie man in solchen Situationen vorgeht, außer dass man sich irgendwie zusammentun muss? Also wir haben schon Besuche von, ich muss jetzt lügen, ich glaube Wolfsburg und Braunschweig oder sowas, also es sind auch andere Kliniken, die dann auch mal mit dabei sind und sagen, hey, cool, was ihr da macht, habt ihr ein paar Tipps, also genau diese Frage. Ich glaube, dass was entscheidend ist, ist, dass irgendwie eine Position irgendwie klar sein sollte, macht das aus der Position der Stärke heraus, also entwickelt diese Stärke, das ist, glaube ich, der erste große Schritt immer. Und stärker entwickeln, also da auch Macht aufzubauen, geht halt immer darüber, dass man sich organisiert, weil nur dann hat man sozusagen die Kraft da auch was durchzusetzen und überlegt euch dann auch genau, was ihr irgendwie fordert. Das war, ich hatte ja vorhin ein bisschen erzählt, wie das bei uns so gelaufen ist und ihr seid immer die Experten für euren Arbeitsbereich, also die geballte Berufserfahrung, die dann da vor einem sitzt und sagen kann, das und das geht und das und das geht nicht, unterschätzt das nicht. Also wir als Pflegekräfte wissen unglaublich viel von der Arbeitssituation, in der wir täglich sind und es lohnt sich da manchmal auch so ein bisschen zu träumen und zu legen, hey, was bräuchte es eigentlich? Das ist, glaube ich, eine der Kernfragen aus dem Interview immer gewesen. Was brauche es, damit du deine Arbeit so machen kannst, dass du zufrieden bist damit, also dass du in deinem beruflichen Standard genügst? Und wenn ihr das sozusagen klar habt und argumentieren könnt, das ist auch jetzt der spannende Prozess auch für uns, dann könnt ihr anfangen, mal zu gucken, was gibt es eigentlich so da an Evidenz, da um den kleinen Umschlag, ich habe am Anfang gesagt, ich bin Advanced Practice Nurse, also habe einen auch pflegewissenschaftlichen Hintergrund oder einen wissenschaftlichen Hintergrund, da gibt es eine Menge Evidenz für und es lohnt sich sozusagen da auch nachzugreifen und die zu fordern, weil ihr da auf einem guten Boden steht. Also ihr habt die Erfahrung, die eine unglaublich wichtige Grundlage ist und es gibt halt auch Evidenz, auf die ihr zugreifen könnt und wo man dann halt, glaube ich, gut argumentieren kann. Wir fordern das nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern wir fordern das, weil es richtig ist, weil sozusagen das sichert einmal unseren eigenen Arbeitsplatz, das ist, was häufig, glaube ich, auch in der Gesundheitsversorgung vergessen wird. Also wenn ich fünf Patienten versorge, dann sind da sechs Menschen beteiligt und sich selber da auch nicht zu vergessen, Arbeitsbedingungen für sich zu haben, die auch auf lange Sicht tragbar sind, weil ich keine Lust habe, irgendwie nach zehn Jahren auszusteigen, weil ich meinen Beruf gerne mache und den ganz gerne für die nächsten 40, 50 Jahre machen würde. Dafür braucht es aber Arbeitsbedingungen, die halt tragbar sind und wenn ihr die gut formuliert, dann schafft, stärker aufzubauen, dann kann euch nichts aufhalten. Sehr gut. Ja, vielleicht eine Frage kam mir gerade noch in den Sinn. Du hast irgendwann am Anfang gesagt, dass so 70 Prozent der Personen gesagt haben, jo, wir sind unzufrieden, wir wollen was verändern. Gab es auch Stimmen oder gibt es Stimmen, die sagen, jetzt mach da nicht so ein großes Fass drauf oder mich betrifft das nicht, wozu das alles? Also gibt es da irgendwie so andere Stimmen im Haus vielleicht? Klar, auf jeden Fall. Wir haben, also ich habe ja gesagt, wir haben so einen basisdemokratischen Prozess, dass die einzelnen Bereiche auch befragt werden, um zu sagen, hey, was fordert ihr? Und es gibt auch Bereiche, die gesagt haben, nee, ist eigentlich alles cool. Das sind wenige Bereiche, die gibt es aber häufig, wo man dann immer noch mal versucht reinzugehen, manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Dann ist zu sagen, hey, das ist ja cool, dass ihr irgendwie gerade gute Arbeitsbedingungen habt, aber wir wollen halt auch versichern, dass das so bleibt. Ich habe also aus eigener Erfahrung, wo ich in der Ambulanz war, mal mit den Kollegen da zu reden und zu sagen, hey, wie ist denn die Bedingung gerade bei euch? Wo die gesagt haben, alles cool, da waren dann zwei, drei ältere Kollegen, die auch gesagt haben, ja, wir kennen auch andere Zeiten, also wir wissen auch, wie es war, als es hier schlimm war. Aber dann irgendwie so viele auch neuere Kollegen, die glaube ich auch so ein bisschen, ist halt diese Situation, wenn du da irgendwie gerade neu angefangen hast, ist das glaube ich auch schwierig, dann da gleich mitzugehen, weil es natürlich auch so ein, also vom Präsidium und auch aus der Politik es schon Gegenwind gibt. Also ich habe das ja mit der Kanzlei angesprochen, es ist aber halt auch so, dass bei jedem Streikaufruf immer von der MAH gesagt wird, hey, wir werden gegen diesen Streik vorgehen, weil der gefährdet sonst Patienten. Ganz, ganz interessant, es gab vor einiger Zeit auch den Streik von den Ärzten, da wurde das nicht angeführt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach keinen Zusammenhang zwischen Patientengesundheit und Ärzten gibt, aber den bei Pflegekräften schon. Ist aber glaube ich so, das ist so ganz interessant, dass da natürlich viel mit diesem Argument gespielt wird und es gibt, also zu dieser Evidenzfrage nochmal, gibt es glaube ich keinen Zusammenhang in den Streikzeiten, dass es da irgendwie mehr Versorgungsunfälle gibt. Das, was viele Kollegen auch berichtet haben aus anderen Häusern, dass diese Streiksituation eigentlich super geil ist, weil du, es gibt da ja eine Notdienstvereinbarung und es gibt draußen eine Streikleitung und du kannst immer sozusagen sagen, hey, ich habe hier eine besondere Situation und dann hast du halt vor deiner Haustür hast du, also bei unserem Fall irgendwie hoffentlich dann sozusagen irgendwie 2000, nicht nur Pflegekräfte, wie gesagt, es ist viele andere Bereiche, aber 2000 Kollegen, die jederzeit sagen können, okay, ich gehe mal kurz in die Klinik und helfe dir in deiner außerordentlichen Situation. Ja. Das schafft eine unglaubliche Sicherheit auch in der Weise, dass es halt nicht ist und da würden wir auf keinen Fall irgendwie Leute hängen lassen, dass dann gesagt wird, nee, aber in der Notdienstvereinbarung steht drei Leute, da kriegst du auf jeden Fall nicht die vierte. Wenn die Kollegen da vor Ort sagen, ey, du, es ist gerade eine andere Situation, wir haben hier gerade irgendwie die, also Kacke ist am Dampfen, dann würden wir da auf jeden Fall reingehen und sagen, ey, wir helfen euch, von mir ist auch reduziert irgendwie zwei, drei Stunden und gehen dann sozusagen wieder in den Streik raus. Da sind wir einfach nah an den Kollegen dran und ich glaube, keiner kennt das besser als die Kollegen, um zu wissen, was sind Situationen, die du handeln kannst und was sind Situationen, die du nicht handeln kannst, wo das einfach eine Sicherheitssituation auch sein kann und das halt, was halt bloß wichtig ist, was ich gesagt hatte, dass da dann auch immer klar sein muss, bei Situationen, ich selber in der, in dem Bereich, wo ich arbeite, gibt es unglaublich häufig so elektive Therapien, wo Patienten kommen, die kriegen dann für zwei, drei, vier Tage irgendwie eine Infusionstherapie. Die sind häufig nicht allzu aufwendig in der Weise, das sind aber auch Sachen, da macht es nicht den großen Unterschied, wenn die das irgendwie später oder früher bekommen und das sind Sachen, die kann man dann verschieben. Ja, okay, ja. Und wenn du es mir erlaubst, eine ganz kurze eigene Promotion. Ja, klar. Ich finde, das ist alles. Euren Podcast ist ja sowieso ganz cool und wir haben uns halt auch überlegt, wir machen jetzt einen eigenen Podcast, Klinik-Klartext, Operationen, Entlastung erscheint hoffentlich am Freitag, also dann, wenn ihr raus seid, ist der schon da, wo wir einfach nochmal die Bereiche auch vorstellen wollen und auch, dass die, was ich gesagt habe, noch häufig wird ja irgendwie gesprochen, hey, es geht irgendwie die Pflegekräfte schreiten und Co. Und die ganzen anderen Bereiche werden vergessen. Wir haben jetzt ein Interview mit einem Kollegen aus dem Labor gehabt, der so ein bisschen erzählt hat, wie ist irgendwie seine Situation, weil es halt in einem Krankenhaus mehr als nur Pfleger ist, dass da alle Kollegen mal berichten können, hey, wie ist eigentlich deine Arbeitssituation, was sind eure Forderungen und was würde das an Verbesserungen für dich bedeuten. Und eine der Folgen ist auch mit Patienten, weil wir auch gesagt haben, hey, wir haben mal Patienten gefragt, könnt ihr euch vorstellen, da rein zu sein. Die haben gesagt, auf jeden Fall machen wir das. Wir unterstützen euch voll, was ich vorhin gesagt habe, was auch nochmal so ganz cool ist, dann zu sagen, ey, das ist eine Forderung nicht nur von uns für uns, sondern das ist auch eine Forderung von uns für die Patienten und von den Patienten ist es auch, ey, super cool, macht das. Ja, also genau, da gerne auf jeden Fall reinhören. Wir werden das in den Show Notes verlinken. Also ich glaube, dass so ein Streik auch in der Gesellschaft eher akzeptiert ist, als jetzt der 50. Bahnstreik, habe ich das Gefühl. Würdest du das auch so sehen von Seiten der Gesellschaft aus? Ich, also ich finde das unglaublich schwierig. Ich habe ja gesagt, ich habe unglaublich viele neue Erfahrungen jetzt machen dürfen. Wir haben auch über so eine Bündnisgruppe Gesundheit statt Profite, das ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis, das uns auch unterstützt hat bei Mobilisierung zu Demos und mit dem haben wir zusammen auch einmal eine Stadtversammlung organisiert, wo wir als Kollegen mal gegenüber Leuten aus der Zivilgesellschaft berichten konnten, wie die Situation ist, weil das Problem schon ist, in der Presse ist die Darstellung häufig schwierig. Also die ist häufig sehr Präsidiums oder Wissenschaftsministeriums nah, also dass da die Argumente, die von denen benutzt werden, sozusagen wiedergegeben werden und unsere Argumente häufig ein bisschen außen weg fallen. Ich bin da nicht unvoreingenommen, wie man unschwer erraten kann, aber Medien haben halt schon auch die Macht, Meinungen zu beeinflussen und da hängt es halt, glaube ich, immer echt stark davon ab, wie du damit umgehst. Ich habe selber auch meine ersten Presseerfahrungen sozusagen jetzt gemacht, jetzt vielleicht auch auf dem Podcast, aber darüber hinaus auch das erste Mal irgendwie mit Zeitung und da selber auch gemerkt, oh krass, die abhängig davon, mit wem du da redest, bist du manchmal selbst überrascht, was für ein Artikel nachher erscheint. Ich da selber auch eine Negativerfahrung gemacht habe, dass ich sozusagen mit einem Kollegen von der Presse irgendwie telefoniert hatte, mir nicht bewusst war, dass er sozusagen jetzt Teilabschnitte von diesem Gespräch einfach nimmt und die dann als Zitat auslegt mit sozusagen konkreter Namensinnung bei mir und das natürlich so ist, dass das Präsidium und Kohl liest halt auch Zeitungen, dass man dann auf einmal irgendwie gefragt hat, hey, was haben sie denn da gesagt und wenn dann natürlich irgendwie so Fetzen davon genommen werden, das sozusagen ähnlich zu dem Podcast, wenn jetzt hier nur ein Ausschnitt davon gehört wird, kannst du halt schon damit auch spielen und damit auch irgendwie Stimmen machen und das ist schon so meine Erfahrung, dass, also ich bin mega gespannt, ich kann das selber noch, ich kann das total schwer einschätzen, weil ich glaube, es wird erst spannend, wenn wir Streiks haben, die haben wir noch nicht, also wir haben Streikankündigungen gehabt und da wird dann häufig, also was ich zum Beispiel jetzt irgendwie versucht habe, mal darzustellen, was die einstweilige Verfügung angeht, also was da irgendwie Inhalte waren, nicht dass es, wo dann irgendwie in den Zeitungen steht, WERDI hat eine totale Klatsche erlitten und musste im Grunde von der Friedenspflicht den Streik aufgeben. Das ist halt eine verkürzte Darstellung, wo schon das Gefühl entsteht, na gut, irgendwie diese Gewerkschaft scheint einfach versuchen, um den Streik des Willen zu streiken und wenn du dazu nicht das ganze Bild hast, kannst du halt auch das Gefühl erzeugen bei Kollegen, Mensch, was soll denn das, also wieso beschweren die sich denn, wo dann auch gesagt wird, na ja, die, also Politik, das hatte ich am Anfang mal versucht zu sagen oder habe es gesagt, dass die dann häufig sagen, na ja, wir bieten den andauernd irgendwie hier Gespräche an und Verhandlungen an und wenn man da nicht ins Kleingedruckte guckt, also Gespräche heißt für die, lass uns mal in einem stillen Kamerlein treffen und nichts darf an die Außenwelt und am Ende kommt da irgendwas raus und dann ist gut, also kein, in keiner Weise irgendwie ein basisdemokratischer Prozess, wo wir klar sagen, auch als Tarifkommission, das ist nicht die Vorstellung, wir wollen, wenn über die Arbeitsbedingungen von den Kollegen entschieden wird, dann sollen die Kollegen auch damit entscheiden können und das dann natürlich so klingt, wenn du dann in der Zeitung liest, na ja, irgendwie das Wissenschaftsministerium bietet die ganze Zeit Gespräche an für Verdi und Verdi schlägt die immer aus, dass du damit, glaube ich, schon auch das Problem in dieser Darstellung hast und deshalb bin ich so ein bisschen gespannt auf die Meinung in der Zivilbevölkerung, wie gesagt, ich habe viele positive Rückmeldungen jetzt bekommen, man hat aber auch sozusagen da negative Erfahrungen und von daher, das wird unglaublich spannend. Ich kann es dir echt nicht sagen, wieso die Wahlnehmung ist, ich weiß auch nicht, ob es so einen großen Unterschied zu einem Bahnstreik ist, also weil Bahn, also hoffentlich betrifft die Bahn noch mehr als die Leute, die im Krankenhaus sind, perspektivisch wahrscheinlich nicht, aber also mehr Leute fahren Bahn als jeden Tag im Krankenhaus sind, glaube ich zumindest und von daher ist das, ist das schon irgendwie sowas, wo ich es nicht einschätzen kann und dann, wenn man dann irgendwie da so Halbinformationen bekommt, ist das immer schwierig, das ist mein Aufruf auch, also einmal, was wir mit dem Podcast machen, wo wir selber versuchen, das darzustellen und mein Aufruf auch immer an alle ist, ey, wenn ihr da Interesse habt, geht mal auf die Leute zu, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich hier einzubringen, also ob das über so Bündnisoptionen ist, ob das vielleicht was, also was ihr ja auch macht, ihr macht ja auch irgendwie eine unglaublich gute, finde ich, Darstellung von der Pflege, um mal ein bisschen tiefer rein zu können, was heißt das eigentlich, wo bei vielen, glaube ich, schon so ein, was ist eigentlich Pflege, ist das irgendwie mehr als waschen, wo ihr, glaube ich, schon viel auch schafft und nach vorne geht, dass ihr da eine vollkommene Darstellung macht, aber da auch immer die Frage ist, wie groß ist so die eigene Reichweite und auf welche Quellen und Aussagen wird sich verlassen, genau, also Zeitungen haben da, glaube ich, immer eine große Macht, aber das ist allgemein in Medien halt, glaube ich, schon eine Sache, wo man irgendwie gucken muss, hey, wie kommen wir da voran, ihr versucht ja, glaube ich, hatte ich aus der vorletzten Folge, glaube ich, mal rausgehört, schon eine Community aufzubauen, was ich super cool finde, um da irgendwie auch eine Reichweite zu haben, aber dann auch immer das Spannende ist, wie schafft man es, aus dieser eigenen Bubble rauszukommen, und andere Leute zu erreichen, das versuchen wir halt irgendwie so, über diese, eine Demo ist da immer eine Bewegung, wo dann irgendwie auch schon mal ein, zwei Leute stehen bleiben und fragen, hey, was ist ja eigentlich los, aber irgendwie den Austausch zu kommen, weil das ist, glaube ich, das, was das irgendwie nach vorne bringt, also wirklich mal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, wieso streicht der eigentlich? Ja, richtig gut, also ich glaube, ich habe großen Respekt vor eurem Durchhaltevermögen und vor allem, man muss sich auch überlegen, was du jetzt alles hier so rausgehauen hast, das muss man sich ja auch erstmal alles aneignen, so, also in der Tiefe hat man das ja nicht, im Studium oder ähnliches, oder in der Ausbildung, also das, das sind ja alles so Dinge, die, die, die muss man erstmal drauf haben, so. Obwohl, Promotion für das Public Health Studium an der MAH, das war schon gut, wir haben echt gute Prozenten gehabt, genau, ich glaube, also die, da ist schon ein ganz gutes Bild, aber natürlich, man muss sich da irgendwie, das meine ich auch, man muss halt irgendwie, merke ich auch selber, also wo es Sachen ist, wo ich mich nie vorher mit beschäftigt hätte, wo du dich jetzt irgendwie beschäftigen musst, aber wo du halt auch sagst, du machst es und das ist auch das Coole, glaube ich, in dieser Tarifkommission oder halt auch mit den Teamgelegierten, eine Basisdemokratische Bewegung, wir haben unglaublich viele Zusammenschlüsse, dass wir sagen, hey, wir schreiben unseren Tarifvertrag schon mal, also das ist so eine AG, wo wir irgendwie dann schon mal uns überlegen, wenn, ne, aus dem Blauen heraus sozusagen, wenn wir den komplett selber schreiben können, wie sähe der aus? Oder halt diese Sachen mit dem Fachworkshop, dass wir sagen, hier, wir laden Leute auf so einen DBFK ein oder andere Studierende und um mal da in den Austausch zu kommen, wo ich auch glaube, dass, deshalb hoffe ich auch, dass der Streik stattfindet, weil das immer nochmal eine coole Möglichkeit ist, einfach nochmal so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, mir zumindest macht das immer unglaublich Spaß, wenn man das mit Kollegen macht, weil das ist glaube ich das, was häufig auch vergessen wird, dass einmal muss man Wissenschaft und allgemeine Information auch verständlich darstellen können und um die dann halt auch irgendwie an den Mann zu bringen, das macht echt auch dann schon Bock, wenn man das irgendwie schafft, so gemeinsam zu machen und da irgendwie gemeinsam an so ein Ziel zu arbeiten, wo ich auch die Hoffnung habe, das ist ein gutes Ziel, weil ich glaube, Gesundheitsversorgung geht uns alle an, gute Gesundheitsversorgung ist was, was wir uns auch leisten sollten. Ja, definitiv. Ich glaube, das waren gute Worte zum Schluss. Wir können wahrscheinlich noch viel länger darüber sprechen, aber ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende hin. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sind ganz gespannt, was die Zukunft so bringt. Wir werden da bestimmt nochmal was zu machen und genau, schaut am besten auch auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Ich glaube, ihr habt auch einen Instagram-Kanal, ne? Genau, wir haben Krankenhausbewegung MAH, also das ist halt auch ein, da könnt ihr halt sozusagen bleiben, sonst Klinik-Klartext, Operation und Lastung, der zukünftige Podcast. Genau. Genau, also das sind alles die Sachen, das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, dann könnt ihr direkt schon mal bei Instagram gucken, da wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr schnell ersichtlich sein, was jetzt am morgigen Tag, also dann am Donnerstag, dabei herausgekommen ist. Wir werden das bestimmt auch nochmal in die Show Notes dann schreiben, also dass man das dann gut einordnen kann. Und dann müsst ihr irgendwann nochmal wiederkommen, wenn ihr erfolgreich seid oder wie auch immer satt, dass es dann am Ende ausgeht. Genau, gerne. Ich hätte ja auch schon gesagt, also sonst, wenn ihr in Zukunft dann auch über APNs an der MAH berichten wollt, da können wir auch nochmal ein bisschen was berichten und dann können wir es da ja vielleicht mit einschließen, also gerne wieder. Ja, sehr schön. Okay, ich drücke euch die Daumen und halte durch. Vielen Dank dir. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.